Web3Welt, der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Shandor und Stefan. Folge 23 unseres Web3Welt-Podcasts und ich sage direkt, heute haben wir einige interessante Themen und wir haben einige Punkte von meiner Seite, die ich gerne abarbeiten möchte, weil in der letzten Woche ist einiges passiert. Es wird um Fakten unserer aktuellen Regierung gehen, es wird um Geld gehen, kurzer Blick nach Israel, aber auch nochmal zu dem Thema, was wir letzte Woche hatten und zwar das Flutthema. Also einige Sachen zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Aber natürlich bin ich nicht alleine und zwar ist der Shandor mit dabei. Hi Shandor. Hallo Stefan, grüß dich. Ja, wir sind heute zu zweit wieder. Wir haben uns gedacht, letztes Mal, wir sind ja so abgedriftet von dem eigentlichen Thema. Wir wollten ja über den Bitcoin sprechen, das in neue Eis wieder erleben und sind dann in ganz andere Sphären abgedriftet und eigentlich hätte ich auch noch sehr viel zu erzählen gehabt und deswegen machen wir jetzt eine Doppelfolge zu zweit. Und tut mir aber herzlich leid, du musst jetzt nur mit meinem Foto liebäugeln, weil ich leider, leider im Krankenstand bin. Also Halloween-Party wird heute bei mir nichts. Ja, wie du Kinder an der Tür erschrecken, kriegst du immer noch hin, so wie du aussiehst, oder? Ja, das glaube ich auch. Deswegen habe ich lieber das Bild ausgemacht. Ich glaube, ich werde es überleben. Ja, lass uns nochmal anschließen an letzte Folge. Und da gibt es zwei Reise, die wir auch in den Raum geworfen haben. Und zwar war das einmal der Bitcoin-Preis. Wir hatten ja Sonntag aufgenommen und am Montag, Dienstag ist sehr, sehr viel passiert. Und zwar ging es rund um das Thema Bitcoin ETF, was den Preis noch mal wahnsinnig gepusht hat. Und wir haben letzte Woche einen Höchststand gesehen von laut Tradingview, ganz wichtig, Börsen können immer davon abbrechen, 35.200 Dollar. Das ist schon ein wahnsinniger Preissprung, weil es genau an diesem Montag, nachdem wir Sonntag aufgenommen haben, wahnsinnig nach oben ging. Und das ist natürlich auch wieder ein extremes Zeichen, um zu sehen, hier passiert einiges. Aber die zweite Zahl, die wir hatten, und ich weiß gar nicht, ob du das verfolgt hattest, was da letzte Woche noch passiert ist, und zwar der Goldpreis. Der Goldpreis hat wieder einen neuen Höchststand erreicht mit über 2.000 Dollar für eine Goldunze. Das ist Wahnsinn. Du hast es selber letzte Woche angesprochen, dass Gold immer ein Krisenherd ist. Also wenn ein Krisenherd entsteht, das Gold dann steigt, weil es der sichere Hafen ist. Und das erleben wir jetzt gerade extrem. Passt sehr gut, weil ich werde nämlich, also wenn die Hörer das dann, oder wenn die Folge veröffentlicht wird, am nächsten Tag bin ich beim Leonhard Obermeier Center. Das ist ein, so ein Finkdenk an der TU München für Digitalisierung im Bauwesen. Und genau da werde ich dann drüber sprechen, dass Daten, man sagt ja oft, Daten sind das neue Gold oder Daten sind das neue Öl. Und dann kann ich ja in der Stelle direkt mal den neuen Goldpreis eben auch anzeigen. Auf jeden Fall. Da kann man darauf hinweisen, dass man zeigt, schau mal, die Daten, die wir hatten, dass Gold vielleicht doch noch der sichere Hafen in den Krisen ist, das wird jetzt gerade wieder bestätigt. Und der Goldpreis hält sich auch sehr gut da oben. Bleibt spannend und abzuwarten natürlich, wo das Ganze sich noch weiterentwickelt. Aber sehr, sehr spannend. Wir hatten auch eine, wenn man aus der Finanzsicht, jetzt nicht Krypto oder Gold oder so, also Rohstoffe, sondern rein aus der Finanzsicht, sprich Aktien, auf den Markt schaut, hatten wir letzte Woche auch eine sehr spannende Woche. Wir hatten sehr viele Geschäftszahlen, beziehungsweise Quartalszahlen, die veröffentlicht wurden. Wir hatten sowohl positive als auch negative. Also an den Börsen ging letzte Woche sehr, sehr rund. Und das ist ja auch das. Wir haben eigentlich sehr selten hier über die Preise gesprochen, aber genau das ist ja das. Wir haben ja uns auf die Fahne geschrieben. Der Krypto-Podcast für die reale Welt. Und genau das ist ja das Problem. Krypto ist immer noch abhängig, zumindest was den Preis angeht, immer noch vom Finanzmarkt. Wenn der Finanzmarkt sich nach unten bewegt und dann ist der Punkt, dass auch Krypto nach unten reagiert. Wenn der Finanzmarkt positiv ist, dann geht Bitcoin, also Krypto auch mit nach oben. Und jetzt kommen wir genau an diesem Scheidepunkt. Und deswegen ist es gerade sehr interessant, über diese Sachen zu sprechen. Und zwar, wir haben es gesehen, auch früher mit Gold, was man da so kaufen konnte. Gold war immer ein schwankendes Objekt hoch, runter. Sehr kurios. Und wo wurde das eigentlich stabil, beziehungsweise kamen die krassesten Preissteigerungen, beziehungsweise die großen Kerzen nach oben, nach dem Gold-ETF. Es ging nicht direkt danach, also nicht morgen, heute Gold-ETF gemacht, morgen geht's los, sondern es hatte dann noch ein paar Monate gedauert und dann waren man ganz klare Bewegungen nach oben. Und seitdem hält sich der Goldpreis auch hoch und wird auch Gold als sicherer Hafen betitelt. Und genau das passiert gerade mit Bitcoin. Wir stehen kurz davor, dass der Bitcoin-ETF erscheint und öffentlich wird. Es gibt jetzt neueste Gerüchte, es ist gerade brandaktuell, Leute, so ein Gerücht, 2. November. Also sprich, das wäre der Tag, wo unsere Folge hier veröffentlicht wird. Also wenn es dann heute doch eine News gab, dass es der Bitcoin-ETF gab, wenn ihr die Folge heute am 2. November hört, als Beispiel, kann es sein, dass wir schon wieder neue Erkenntnisse haben. Ja, und deswegen, es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit aus dem Finanzmarkt und natürlich aus der Kryptomarktsicht, was da gerade passiert, weil auch die traditionellen Finanzmärkte und auch Banker schauen natürlich genau auf sowas wie ein Bitcoin, in den man dann investieren kann, gesichert durch ein ETF und am liebsten natürlich dem BlackRock-ETF. Ja, es tut sich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel auf dem Markt. Also als wir die letzte Folge aufgenommen haben, dann, da glaube ich, lagen wir bei 25.000, 26.000 US-Dollar beim Bitcoin und dann haben sich die Zahlen innerhalb kürzester Zeit rapide nach oben geschraubt. Also wahrscheinlich, wir haben natürlich immer so den Anspruch, zeitlos zu sein. Heute vielleicht auch einige Elemente, die sehr, sehr aktuell sind, aber auch einige Elemente, die ich mitgenommen habe, die dann wirklich auch zeitlos sein sollten. Über Werte möchte ich auch noch ein bisschen mit dir sprechen und Decke wird eine spannende Folge, aber auf jeden Fall super auch mal so ein Update zu haben, was jetzt momentan auf dem Kryptomarkt und dem Finanzwesen allgemein passiert. Genau, also die letzten Zahlen, über die wir gesprochen haben, da knabberte am Sonntag der Bitcoin bei 30.000 und jetzt sind wir schon einmal einfach mal Richtung 35 und noch höher 1.000 unterwegs. Das ist schon echt spannend, diese Zeit. Deswegen muss man dann auch mal die Preise mit hier in den Podcast nehmen. Aber natürlich interessieren uns ja nicht hauptsächlich Preise, sondern wir schauen auf Technologie, wir schauen auf Entwicklung und natürlich das Thema Web3, was wir uns groß auf die Fahne geschrieben haben, um natürlich auch den Menschen ein bisschen näher zu bringen, was sich so entwickelt in Bezug auf Web3 und das neue Internet. Wir hatten letzte Woche, am Ende habe ich gesagt, nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Ihr merkt, wir haben keinen dabei. Deswegen der Hinweis, nächste Woche sind wir wieder zu dritt. Die Folge ist auch schon aufgenommen. Ich kann an dieser Stelle sagen, sehr, sehr interessante, spannende und auch ein bisschen philosophische Folge, kann ich sagen. Ich freue mich da sehr, wenn das veröffentlicht wird. Dann hast du mich letzte Woche etwas gefragt zu einem Thema, was natürlich für mich regional ein sehr wichtiges Thema ist und zwar die Flutkatastrophe. Und du hattest mich gefragt, wie das Geld von deiner Bundesregierung schon oder ob das schon angekommen ist, das war die Frage oder wie es verteilt wurde. Und ich habe mich diese Woche ein bisschen mehr unterhalten mit Nachbarn, Bekannten und auch einfach auf dem Stadtplatz, sage ich mal, in dem ich einfach mal herausfinden wollte, wie sieht das eigentlich aus, um natürlich auch eine vernünftige Antwort zu geben. Weil letzte Woche sagte ich, also meines Wissens nach, das war ja mein Wissensstand, ich weiß nicht, dass schwer was ausgezahlt wurde. Und was ich da gehört habe, da habe ich nur gedacht, wenn ich das dem Schando erzähle, ich glaube, dann werden wir mal überlegen, ob das jetzt richtig war oder wie das moralisch aussieht. Und zwar war die Frage dann an Freunde, Kollegen, die ich so kenne, sag mal, habt ihr eigentlich Geld von der Bundesregierung bekommen, weil du hast ja zu Hause ein kaputtes Haus, Flutopferschaden. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ja, und dann war die Aussage, ich kriege ja eh nichts. Ich sage, wie, du kriegst nichts? Ja, ganz einfach, ich habe eine Hausratversicherung. Und wenn ich eine Hausratversicherung habe, dann bekomme ich nichts, weil ich bin ja versichert. Egal, welchen Brassel ich mit der Versicherung habe. Ich sage, aha, und was ist, wenn du jetzt keinen hättest? Dann würde ich Gelder vom Bund bekommen, dann würde jemand vorbeikommen, würde den Schaden aufrechnen und dann würde ich anteilsmäßig, nicht die volle Summe, anteilsmäßig davon etwas Geld aus dem Top der Bundesregierung für die Flutopfer bekommen. Ich sage, jetzt verstehe ich das erst, weil das war nämlich diese große Debatte, als es damals hieß, wir müssen die Flutopfer unterstützen. Jetzt ist man natürlich so einen kleinen moralischen Konflikt, wie ich finde. Und zwar, auf der einen Seite, du schließt eine Hausratversicherung ab, zahlst da jeden Monat und ich weiß von meinem eigenen Haus, die sind nicht unbedingt günstig. Gut, jetzt habe ich vielleicht, bei meiner Elementarversicherung habe ich zum Beispiel Flutschaden mit drin, ist aber günstig, weil ich ja höher liege, was wir ja letzte Woche auch schon besprochen haben. Aber ich finde es halt krass, man zahlt jeden Monat sein Geld für eine Versicherung, die mir dann im Schadensfall hilft. Und jeder, der sagt, ach, mir passiert doch eh nichts, ich schließe keine Versicherung ab, der keine monatlichen Kosten hat, wird dann von der Bundesregierung unterstützt. Also, das ist eine moralische Debatte. Auf der einen Seite sage ich, klar, wir müssen allen helfen. Es kann nicht sein, dass das Haus da kaputt ist und natürlich die Leute nicht wohnen können. Klar, keine Frage, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Auf der anderen Seite denke ich, Wahnsinn, es ist eigentlich ja so eine Versicherung und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist ja auch wie so eine Art Glücksspiel. Also, wenn dir was passiert, bist du froh, dass du einen hast. Wenn dir nie was passiert, denkst du dem nachher, nein, boah, warum habe ich eigentlich jahrelang bezahlt? Ich brauche die doch gar nicht. Ich glaube, diesen Gedankengang kennen wir alle, wenn wir auf Sachen wie Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter schauen. Aber wenn halt was passiert, sind wir natürlich alle froh, dass sie da sind. Also, ich fand es irgendwie krass zu hören, wusste aber er eigentlich, wie das Ganze aussieht, weil die Diskussion war ja vorher schon da, also als die Flutschäden dann die ersten groben beseitigt wurden. Ich weiß nicht, wie denkst du dazu? Ist es vollkommen Ordnung aus deiner Sicht oder ist es immer noch so eine Sache, wo man sich überlegen muss, sollte nicht doch noch und wenn es ein ganz, ganz kleiner Teil ist, jemand Geld bekommen, der trotzdem eine Hausratversicherung hatte und eventuell Geld von der Versicherung bekommt, weil, nochmal kurz der Hinweis an dieser Stelle, da ist noch lange nicht alles geklärt. Es gibt Stress mit der Versicherung, es gibt Stress mit Gutachter, es gibt so, so viele Probleme. Ich habe es letzte Woche erzählt, man hat als nicht Betroffener, wenn man mit den Menschen geredet hat, schnell gemerkt, es gibt gute Versicherungen und es gibt auch schlechte Versicherungen. Also, ich wohne ja in einer, also ich habe eine Wohnung gekauft, in einem Mehrfamilienhaus und da sind Elementarschäden über die Wohnungseigentümergesellschaft abgedeckt. Ich habe natürlich auch eine Hausratsversicherung, die bei mir schon gegriffen hat, wegen Diebstahl, also mein Fahrrad wurde mir gestohlen. Deswegen war ich sehr, sehr happy, dass ich eine Hausratsversicherung habe an der Stelle und bei diesen Elementarschäden, ich muss auch sagen, ich weiß es nicht, wie es bei Häuslebauern ist. Ich denke mal, dann hat man die Hausratsversicherung vielleicht inkludiert mit der Elementarversicherung. Kann sein. Und kann ja sein, dass der Versicherer dann sagt, je nachdem, was an Flutschäden passiert ist, mit diesen Auszahlungen, also diese direkten Auszahlungen, die wir als Versicherer getätigt haben, um vielleicht im Zweifelsfall sogar schneller zu sein als die Bundesregierung, wie holen wir uns dann aus diesem Aufbautopf der Bundesregierung dann wieder zurück? Und dann würde ich sagen, ist ja eigentlich völlig egal, von woher das Geld kommt. Hauptsache das Geld kommt und man kann ja danach immer noch sagen, dass man dann das Geld nicht irgendwie geltend macht, also bei der Bundesregierung oder bei der Landesregierung oder sonst was. Also ich bin da eigentlich sehr anteilnahmslos. Es hört sich jetzt ein bisschen an, als würde jeder, der eine Hausratsversicherung hat, auf seinen Kosten sitzen bleiben. Das ist aber hoffe ich mal nicht der Fall, sondern es wird dann natürlich über die jeweiligen individuellen Elementarschadensversicherungen abgedeckt. Und wer sowas nicht hat, da springt eben direkt der Bund ein. Und ansonsten ist wahrscheinlich irgendwo der Versicherer ein Zwischenvermittler und kann das dann geltend bei der Regierung machen. So gehe ich mal davon aus, aber das ist wirklich ganz große Wissenslücke. Aber so kann ich mir das vorstellen. Und je schneller das Geld dann ankommt, umso besser ist es. Ja, ich glaube auch, da gibt es noch sehr viele Wissensdefizite. Also auch nochmal, um das klarzustellen, es sind natürlich Leute, die haben ganz schnell ihr Geld bekommen. Es gab dann auch so Sachen wie der Gutachter kam vorbei und hat Summe X gesagt und die Versicherung hat gesagt, ja pass auf, du kannst jetzt dir einen Handwerker holen und so weiter, dann zahlen wir dir die Rechnung, aber du darfst nicht höher wie Summe X kommen. Oder wir geben dir von dieser Summe die 80 Prozent, das war so die Zahl, die ich immer wieder gehört habe, 80 Prozent von dieser Summe, die der Gutachter sagte, die kriegst du komplett ausgezahlt auf dein Konto und kannst damit letztendlich verfügen, wie du möchtest und die Handwerker natürlich holen, wie du möchtest, weil es natürlich auch ein Aufwand ist. Handwerker kommt, Rechnung mit der Versicherung abwickeln und so weiter. Ist ja natürlich auch nochmal wieder ein bürokratischer Aufwand und das haben wir ja schon in vielen unserer Folgen gehört. Bürokratischer Aufwand in Deutschland ist immer noch sehr, sehr papierformaufwendig und natürlich auch allgemein sehr aufwendig und auch langwierig. Aber ja, ich weiß auch nicht 100 Prozent, wie es abläuft, ich war einfach nur schockiert, weil ich gehe dann halt diesen Schritt weiter. Jetzt, ich bin froh, dass alle ihr Geld bekommen, egal wie in welcher Form, das habe ich ja gesagt, das ist wichtig, dass man so ein großes Katastrophengebiet natürlich unterstützt, dass man alles wieder herstellen kann. Aber natürlich dieser nächste Schritt, egal welche Katastrophe jetzt war, dass natürlich dann eventuell Leute auf die Idee kommen und sagen, pass auf, ich brauche gar keine Gebäudeversicherung, weil wenn ja wirklich was Schlimmes passiert, kriege ich Geld vom Bund und dann ist ja alles gut. Und das ist definitiv ein falscher Gedanke, den Leute hier aus dieser ganzen Sache schlussfolgern könnten. Und das ist natürlich dieser Schritt, den ich dann wieder weiterdenke und sage, das wäre auch nicht gut, wenn wir dann auf einmal weniger Leute haben, die Versicherung abschließen, weil sie die Hoffnung sind, ah, wenn was ganz Schlimmes passiert, kommt ja die Bundesregierung und hilft mir. Gefährliches Denken, würde ich an dieser Stelle sagen. Ja, aber da muss schon wirklich sehr, sehr, sehr viel passieren. Also das ist ja wirklich Jahrhundertflut gewesen. Das hat so einen historischen, so ein historisches Ausmaß gehabt, dass ich denke, da ist ein Sonderfonds aufgesetzt worden, ohne dass ich jetzt tiefer drin wäre. Und darauf kannst du dich ja nicht verlassen. Sondern dann gibt es eben beim Versicherer entsprechend diese Klauseln. Also bei mir die die Hausratsversicherung, das ist relativ okay, sage ich mal. Also was ich im Jahr zahle, sehr, sehr übersichtlich. Finde ich, es ist eine gute Versicherung. Genauso wie ich, keine Ahnung, ADAC-Mitglied bin. Lange Jahre nichts, keinen Gebrauch davon gehabt. Aber einmal musste ich abgeschleppt werden. Und dann statt 500 Euro auf einmal zu zahlen, habe ich mir die Beiträge von sechs Jahren ungefähr wieder reingeholt. Das ist genau das, was du beschreibst. Man muss halt selber wissen, wie weit man sich versichert. Und Casino würde ich das jetzt nicht nennen. Ich denke mal, die Deutschen sind besonders vorsichtig, was das anbelangt. Also dass die viel, viel mehr Versicherungen haben im Ländervergleich, wie jetzt zum Beispiel vielleicht im südländischen Raum. Da denke ich mal, wird man vielleicht grundlegenden Versicherungen haben. Oder man schaut über den Teich, über den großen Teich nach USA, wo man nicht mal eine Krankenversicherung hat. Also da muss ich sagen, diese Solidargemeinschaft und dass ich zu jedem Arzt, zu jeder Zeit gehen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich in einen Ruin getrieben werde, finde ich eine ganz, ganz großartige Sache. Auch wenn natürlich viel vom Brutto wegkommt, ist das einfach ein tolles Gefühl, dass man im Krankenhaus sein kann, man sich um einen kümmert und ja, einfach diese Solidargemeinschaft trotz großer Bürokratie und auch wenn wir einiges noch verbessern müssen. Also es gibt immer was zu verbessern, gar keine Frage. Aber ich finde im Grundlegenden auch, was unsere Regierung oder Regierungsform anbelangt, also dass wir mit dem Thema Menschenrechte demokratische Grundwerte vorantreiben, was natürlich nicht auf jedes Land passt. Das ist auch klar. Wir können nicht anderen aufoktroyieren, was vielleicht bei uns auch nicht hundertprozentig funktioniert. Aber für mich muss ich sagen, in dieser westlichen Welt, wo zumindest ich verankert bin, würde ich eine glatte 2, 2 plus vielleicht sogar geben, wenn es nicht zu sehr zugespitzt läuft, die Debatte gerade jetzt auch im aktuellen gesellschaftlichen Konkurs. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und bin 100% bei dir. Ich bin ja jemand, der viel oder öfter Urlaub in der Türkei gemacht hat und wenn du dich da mit Leuten unterhältst und ich glaube, das merkt man auch, ich unterhalte mich hier viel mit Leuten oder wenn ich im Urlaub bin, also ich unterhalte mich sehr gerne mit Leuten. Deswegen habe ich immer viele Meinungen, woraus man sich dann selber eventuell eine Meinung machen kann und natürlich auch ein Bild aus den jeweiligen Situationen, Ländern bzw. Ortschaften, wo man dann unterwegs ist. Also ich finde, sprechen und reden ist sehr wichtig. Deswegen auch sehr gerne hier diesen Podcast natürlich an dieser Stelle. Du hast es gesagt, wir leben in historischen Zeiten. Wir nehmen heute am 31.10. auf und zwar ist das ein besonderer Tag und zwar gibt es drei Sachen, die heute sehr interessante. Das erste, ich glaube im Vergleich zu den anderen beiden, das uninteressanteste, es ist Halloween. Deswegen zeigt sich Schandor nicht. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Vielleicht so schlimm, dass ich mich jetzt erschrecken würde, aber ist ein anderes Thema. Das zweite, was heute ist, ist Weltspartag. Interessanter Tag und es gibt ganz viele Aufrufe. Auf Twitter habe ich es gesehen, aber auch auf LinkedIn habe ich es gesehen und zwar haben ganz viele heute geschrieben, heute ist Weltspartag. Aber meine Frage an euch, wie spart ihr noch? Und ich glaube, das sind Themen und da möchte ich gleich noch einiges zu sagen zu diesem Thema. Wie spart man noch? Inflation und so weiter. Da gibt es nämlich, glaube ich, viele, viele Themen, die gerade alle aufeinander einprasseln. Wir haben gerade noch über den Finanzmarkt gesprochen. Jetzt reden wir über den Geldspartag und da kommt gleich noch das Thema Inflation dazu, wo ich einiges zu sagen habe und das vorher nicht mit Schandor abgesprochen habe, weil ich gesagt habe, ich habe hier was rausgearbeitet und da sind einige Sachen passiert. Da bin ich sehr gespannt, wie Schandor gleich reagiert. Das machen wir aber gleich. Also Weltspartag ist heute und sehr, sehr interessant war, gestern hatte die Heute-Show, ich glaube, die kennt man aus dem ZDF, die hatte gestern schon gepostet, heute ist Weltspartag. Wie spart ihr? Und das war auf Twitter und die ganzen Kommentare sind voll. Erstens, es ist nicht heute, es ist morgen. Also seid ihr jetzt die Morgen-Show? Das war meine Reaktion. Und die zweite Reaktion war bei Bitcoin. Bitcoin, 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 Bitcoin. Weil für, und das haben wir auch schon mal, ich glaube, in der Folge mit Alexander von Frankenberg haben wir das sehr ausführlich besprochen. Und zwar Bitcoin steht ja dafür, dass es eher das Geld sparen ist. Du legst es in Bitcoin an, egal welchen Burs Bitcoin irgendwann mal haben wird. Es gibt nur 21 Millionen und es ist deflationär. Nicht wie unser Geldsystem, da spreche ich aber gleich noch mal intensiv drüber. Und zwar, das ist ja inflationär. Das heißt, es wird immer weiter ausgeweitet. Und dadurch erleiden wir natürlich einen Wertverlust des Geldes. Und das nennt man dann umgangssprachlich Inflation. Das ist so mal, es ist nicht 100% Inflation erklärt, aber der größte Teil von Inflation ist Geldmengenausweitung. Die ich weiß, die EZB hört jetzt an dieser Stelle nicht gerne zu und regt sich wahrscheinlich auf. Aber es sind nun mal Fakten, die mittlerweile auch ganz viele Leute und sogenannte Experten genauso bestätigen. Man kann jetzt aber natürlich auch dazu sagen, dass ein deflationäres Geldsystem auch nicht unbedingt gut für die Wirtschaft ist. Weil dadurch, ich glaube, das hat der Alex ja auch so erzählt, dass er zum Bäcker gegangen ist und ein schlechtes Gewissen hatte, als er Brezen gekauft hat. Oder was gibt es dort? Also bei uns wären das Brezen gewesen und dass er lieber vier Brezen statt fünf Brezen genommen hat, weil so sein Portemonnaie, also seine Bitcoins nicht ausgegeben werden. Also er hat ja dieses Experiment gestartet, dass er nur mit, ich denke mal, Lightning bezahlt, also quasi mit Bitcoin bezahlt. Und dadurch, dass es ein werterhaltendes Geldsystem ist, wenn nicht sogar ein wertesteigerndes System ist, war der Anreiz, dieses Geld zu halten, teilweise größer als zu konsumieren. Was natürlich in unserem System, da kann man jetzt viel, viel größer über Finanz und vor allem über Geldpolitik nachdenken, müssen wir denn immer unseren Konsum steigern? Müssen wir, ich sage immer wieder, jetzt ein Auto kaufen? In zehn Jahren müssen wir eineinhalb Autos kaufen? In den 20 Jahren müssen wir zwei Autos kaufen, so ungefähr, um dieses zinsgetriebene Geldsystem zu erhalten. Und wenn dann natürlich konträr dazu auf einmal eine Deflation entsteht, so haben wir auch den Anreiz, nicht dieses Geld auszugeben und so schlupft dann letztendlich auch die Wirtschaft. Also beides hat natürlich Vor- und Nachteile, das muss man bedenken. Definitiv. Und deswegen ist auch dieser Tag so historisch, und zwar heute, vor 15 Jahren, ist aufgrund unseres inflationären Geldes, aber auch der Krise, die es damals gab, 2008, 2009, die große Finanzkrise, die Subprime-Krise, wie du es immer so schön gesagt hast, ich glaube, das ist auch so der Begriff aus der Finanzwelt, um dieses Thema zu beschreiben, Subprime-Krise. Wir haben schon ganz oft über diese Krise gesprochen, wo auf einmal dein Bankkonto oder dein Kredit über irgendeine andere Bank lief und so weiter, weil sie sich verzockt hatten. Und gerne nochmal die anderen Folgen hören, da haben wir ganz oft und ausführlich drüber gesprochen. Und zwar heute, vor 15 Jahren, hat ein gewisser, und wir wissen ja immer noch nicht, wer es ist, viele Meinungen. Und da freue ich mich sehr auf die Aussage, beziehungsweise die Antwort in der nächsten Folge, weil da wirklich mal die Antwort ist, die ich genauso geben würde. Und zwar hat dieser Satoshi Nakamoto, dieser jemand, diese Gruppe, wer auch immer, hat das Bitcoin White Paper, also die ersten Schriftzüge, beziehungsweise die Idee von Bitcoin, heute vor 15 Jahren veröffentlicht, am Weltspartag. Sehr historisch, sehr spannend und natürlich auch ein Feiertag für alle Bitcoin-Maximalisten, Bitcoin-Fans und alle, die Bitcoin einfach toll finden. Deswegen drei Sachen, die heute aufeinandertreffen. Ich glaube, Halloween ist dann für uns beide nicht so spannend, aber Weltspartag, wie spart man heute noch? Gute Frage. Ich glaube, die kann sich jeder mal fragen, weil wir halt sehr hohe Inflation haben, wo ich gleich noch gerne was zu sagen möchte. Und noch das Thema Bitcoin White Paper von, wer auch immer, Satoshi Nakamoto ist veröffentlicht worden, heute vor 15 Jahren. Ist das ein Zufall, dass der Bitcoin, das Bitcoin White Paper und Weltspartag aufeinandertreffen an einem Datum? Was denkst du darüber? Definitiv, es ist kein Zufall. Ich glaube, das war von Anfang an so geplant. Vielleicht ist es auch so, dass er genau heute fertig geworden ist vor 15 Jahren oder gestern vor 15 Jahren und hat dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, so jetzt haue ich es raus. Aber ich glaube, es ist kein Zufall. Ich glaube, es ist genauso geplant, weil es ist ja nicht nur einfach Spartag für Deutschland, sondern es ist der Weltspartag und die Aussage ist ja von vielen Bitcoinern, ich kaufe keine Bitcoin, sondern ich spare in Bitcoin. Und ich glaube, das war sehr genau so ausgewählt und deswegen der 31. Oktober, neben Halloween, Weltspartag auch noch Bitcoin White Paper Tag. Und nächstes Jahr sind es dann schon 16 Jahre, also Bitcoin wird erwachsen, das Teenager-Alter kommt immer näher, beziehungsweise mitten im Teenager-Alter. Und dieses picklige Bitcoin, Teenager-Alter halt, das wird langsam erwachsen. Und das ist natürlich spannend zu beobachten. Und mit dem Bitcoin ETF, wie am Anfang der Folge gesprochen, glaube ich, ist es ein sehr, sehr großer Schritt ins Erwachsen sein, sprich zu einem sehr wahrscheinlich stabileren Preis und nicht so volatil wie aktuell. Ja, wir sind jetzt gerade in der Bitcoin-Pubertät und jeder, der Kinder hat, weiß, es ist eine schwierige Phase manchmal und gerade die ersten Jahre, es muss überhaupt mal auf die Bühne kommen und gedeihen und wachsen. Also glaube, ich wiederhole Isabel Welpe, die gesagt hat, wir sind ungefähr noch bei 1996 bis 1998 im Vergleich zum Internet. Das heißt also, die große kambrische Explosion, die wird uns noch bevorstehen bei Bitcoin. Und deswegen, wie gesagt, wir sind jetzt im Teenager-Alter, sehr schön gesagt, im pubertären Alter, vielleicht geht es mal noch viel, viel weiter rauf und dann noch tief herunter. Da wird sicher noch viel Volatilität entstehen. Aber, wenn, wie gesagt, der Bitcoin-Spot-ETF dann kommt, dann, glaube ich, werden wir auch in den nächsten Monaten, sehr, sehr wenigen Jahren, dann eben auch institutionell das Großkapital langsam in diese neuen Asset-Klassen abwandern sehen. Und ich glaube, du hast das in irgendeiner Folge ganz am Anfang gesagt, wenn man von einem DIN A4-Blatt zwei Millimeter unten abschneidet, und das entspricht dem gesamten Kryptomarkt, oder? War das so? Ja. Wie war der Vergleich nochmal? Genau, das ist, wenn du ein Blatt Papier nimmst, du kannst, ich glaube, ein Drittel war es, dann hast du den globalen Finanzmarkt, darunter kommt dann das Thema Immobilien, dann kommen Rohstoffe. Und dadurch, dass der Kryptomarkt gefallen ist, weil, lustig, dass du es ansprichst, weil ich glaube, es ist eine Woche her, da ist genau diesen Vergleich nochmal aufgekommen. Und da hat jemand geschrieben, es sind aktuell 1,6 Millimeter von einem DIN A4-Blatt. Und ich glaube, das ist jedem klar, ohne dass jetzt einer was abmisst und was abschneidet, das ist nicht viel. Und natürlich nochmal hier der Hinweis an dieser Stelle, und zwar, ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, Bitcoin ETF, natürlich geht es ja hauptsächlich um einen Bitcoin Spot ETF, weil Future ETFs gibt es ja schon. Nur noch kurz erklärt, Spot ETF ist im Prinzip, dass ich sage, ich kaufe jetzt einen Teil von diesem Bitcoin Spot ETF und im Hintergrund werden echte Bitcoin für mein Geld gekauft. Bei einem Future ETF ist es genau andersrum. Und zwar, es ist schon so eine Art Zocken, sage ich mal. Und zwar, ich kaufe einen Teil von diesem ETF und sage in diesem Fall, ich habe jetzt hier 25.000 Dollar und diese 25.000 Dollar möchte ich am 1.6.2027, was auch immer, möchte ich dafür einen Bitcoin kaufen. Und in einem Future ETF ist es so, da kann jeder im Prinzip seine Wette oder seinen Einsatz reinschreiben und am Ende geht es nur darum, ein Gegenpart zu finden. Jetzt müsste dann, wenn Chandor lustig ist und sagt, ja, ja, Bitcoin nach 10.000 fällt das runter, wenn ich dem Stefan mein Bitcoin für 25.000 verkaufen kann, dann bin ich ja gut, also gehe ich die Wette mit, ich schlage hier die Hand ein, sage ich mal, und sage, mache ich 1.6.2027 25.000, dann verkaufe ich dir mein Bitcoin. Wenn der Bitcoin dann bei 100.000, 200.000, Millionen, was es da alles für Zahlen gibt, die da so kursieren, steht, habe ich natürlich ein sehr geiles Geschäft gemacht, weil ich ein Bitcoin für 25.000 gemacht habe, weil das Ganze ist notariell beglaubig, ist durch den ETF abgesichert, ist mit ganz vielen Sicherheitsmechanismen abgesichert, dass das wirklich auch so zustande kommt. Also einmal eingeschlagen, unterschrieben, dann wird es auch so gemacht. Und Chandor hat dann in dem Fall ein richtig krasses Verlustgeschäft gemacht. Ich glaube, da kommt man auch nicht so einfach raus. Dieser Bitcoin wird dann nämlich auch gesperrt und dann, ja, wäre in diesem Fall ich der große Gewinner. Andersrum natürlich ist Bitcoin wirklich bei 10.000, lacht sich Chandor eins Fäustchen und verkauft mir ein Bitcoin für 25.000 Dollar. Jetzt aber natürlich an dieser Stelle, das war nur ein Beispiel, wir würden uns beide, glaube ich, nie ein Bitcoin gegenseitig verkaufen. Dafür gibt es noch zu viel Freie. Aber das nur dazu, deswegen Bitcoin Spot ETF. Ganz wichtig, wenn ich über Bitcoin ETF spreche, ist es immer der Spot ETF. Also wir sehen, dass wir historische Zeiten aktuell erleben. Wir haben über den Bitcoin, über das Bitcoin White Paper gesprochen, aber es gibt dann noch etwas ganz Schlimmes und Schreckliches und da müssen wir auch nochmal kurz drauf eingehen, da wir es letzte Woche angesprochen haben und haben uns auch einige Nachrichten dazu erreicht, dass wir einen guten Blick da drauf haben und das Thema nicht zu sehr vertiefen, weil es auch in unserem Podcast nichts zu tun hat. Aber ich möchte es gerne nochmal sagen, weil viele schlimme schaurige Sachen nochmal in dieser Woche oder fast zwei Wochen schon passiert sind. Und zwar, ich möchte nochmal ganz klar zum Thema Israel, Palästinenser und Gazastreifen ganz klar sagen, egal wer dort stirbt durch Raketen, Kugeln oder, und das war so erschreckend am Wochenende, das Thema Schlachthäuser, sage ich ganz klar, unsere Meinung ist und bleibt immer noch, wir stehen für Menschlichkeit und für Kinder. Wir finden ganz schlimm, was da passiert und wir würden uns beide weder in die eine noch in die andere Richtung positionieren, weil wir klipp und klar sagen, ein Krieg, ein Konflikt, egal wer gegen wen, egal wer mit wem, wie auch immer, es sind immer die Zivilisten, die leiden und wir finden es ganz schlimm und deswegen sagen wir nicht, wir stehen auf Seite links oder rechts, sondern wir stehen in der Mitte, wir stehen für die Menschlichkeit und das möchten wir auch gerne weiterhin so nach außen verkörpern und weitertragen. Das glaube ich, können wir so stilleisten. Und jetzt nochmal zu dem, was davor gesagt wurde. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen mehr auf das Thema Inflation eingehen. Und da ist es ja echt extrem gerade. Man muss einfach sagen, wir in Deutschland, wir erleben gerade so krasse Zeiten, was gerade passiert. Nur mal, um das Ganze zu verstehen, was gerade abgeht. Wir haben eine Regierung, die sich im Grunde genommen komplett uneinig ist. Also ich möchte weder die Regierung eine Meinung abgeben, sondern ich möchte einfach nur die Fakten aufzählen. Wir haben eine FDP, die klipp und klar sagt, wir stellen das Finanzministerium und mit uns bleibt die schwarze Null stehen. Jetzt ist der, glaube ich, gar nicht verkehrt und glaube auch jahrelang von uns Bürgern immer wieder gewollt und von vielen Regierungen versprochen, keiner hat es durchgesetzt. Und jetzt mit der FDP, aber auch davor, haben wir gesehen, die schwarze Null, sie hält. Dann haben wir auf der anderen Seite eine grüne Politik, sprich eine grüne Partei mit dem Wirtschaftsministerium, die dann klipp und klar sagen, wir müssen Vorreiter sein, wir müssen grüne Energie fördern, wir müssen aus der Atomkraft raus. Jetzt kann man schwer darüber streiten, ob es richtig ist oder falsch. Die Meinung lasse ich euch. Ich sage einfach nur, diese zwei Konstellationen, was denn nicht? Das wird nicht funktionieren, weil, ganz einfache Erklärung, wenn ich aus der Atomenergie, sprich günstige Energie aussteige, günstigen Strom in diesem Fall, dann muss ich aber auch gleichzeitig bereitstellen, dass ganz viel und relativ schnell investiert wird, um erneuerbare Energie zu fördern, damit unser Strompreis günstig bleibt. Wir sind immer noch eine Schwerindustrie-Nation und Schwerindustrie funktioniert einfach nur mit günstiger Energie. Punkt. Wir sind kein Hochtechnologie-Staat, wir sind kein IT-Staat, wir sind Schwerindustrie-Staat. Ich kenne auch hier bei mir in der Region ganz viele Unternehmen, die machen viel Metall, die machen viel Elektro und das ist einfach energieaufwendig. Und wenn wir dann in einem Land sind, was eine Regierung hat, die nicht garantieren kann, dass der Strompreis, beziehungsweise der Energiepreis, günstig ist, dann ist ein ganz logischer Schritt. Und Chando hat da immer wieder Unternehmen reingeworfen, weil es gibt ja auch viele, die Liste wird immer länger, die dann sagen, weißt du was, ich kann mich hier, weil die Regierung ist sich uneinig, das geht jetzt noch zwei Jahre bis zur nächsten Wahl, was dann passiert, wer weiß es, jetzt kommt noch eine ganz neue Partei auf den Schirm. Wir haben zwei Parteien, die eine eher rechts, die andere eher links, aber beide schreiben sich auf die Fahne Germany first und ich glaube, dass das in ganz vielen europäischen Ländern der Fall sein wird. Wir haben es in Amerika gesehen, jetzt kann man von Trump halten, was man will, die Fakten sind einfach da. Wirtschaftliche Zahlen, und da werde ich ein bisschen aggressiv, weil das möchte keiner hören, aber das ist einfach die Wahrheit, wirtschaftliche Zahlen waren einfach die vier Jahre unter Trump Bombe. So gut ging es Amerika noch nie. Ich glaube, das können wir festhalten, das kann jeder von euch nachlesen. Und deswegen, das möchte keiner hören, weil man mag Trump nicht, man hat von Medien, man hat ihn verurteilt, aber rein aus diesem Aspekt war es eine Bombenzeit. Und ich glaube auch genau deswegen werden wir nächstes Jahr genau diesen Schritt wieder zurück zu einer Republikaner-Regierung sehen, genau weil gerade etwas passiert, was vielen Amerikanern nicht gefällt. Aber das ist nur eine Meinung und letztendlich, ich glaube, es wird egal sein, ob es Trump wird oder ob es jemand anders wird. Ich glaube, die USA ist auch mit vielen Dingen gerade, beziehungsweise die US-Bürger sind mit vielen Dingen nicht zufrieden, deswegen wird es diesen Schritt wieder zurückgehen zu einer Republikaner-Regierung. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze wieder ändert. Ist denn Biden jetzt wieder aufgestellt als Kandidat für die Demokraten? Das Problem ist an dieser Stelle, also meine Auffassung nach ja, aber ich bin auch einer dieser Leute, die ganz klar sagen, dieses Wahlsystem in den USA, also wer das blickt, der muss studiert haben. Ich finde es sehr unübersichtlich mit unserem normalen Parteien-System, was vielleicht auch viel Kritik hat, aber dieses Personensystem, was dann doch irgendwie wieder von den Wahlmännern gewählt wird und dann doch wieder eine Partei. Und ich finde es so undurchsichtig, deswegen kann ich Stand jetzt gar nicht 100 Prozent sagen, wer da antritt. Ich glaube, das ist das, was man dann wirklich aus den normalen Medien nimmt und sagt, oh hier, die zwei treten also an, weil die anderen Parteien, beziehungsweise die Freien, die da auch ja kandidieren, die spielen keine Rolle, weil es immer zwischen diesen zwei großen Parteien ausgemacht wird. Und deswegen bleibt es spannend, was da passiert, aber das ist meine Meinung dazu, ohne überhaupt politisch eine Stellungnahme zu nehmen, aber ich glaube, dass das einfach aus den Zahlen, wirtschaftstechnisch, Finanzwesen und so weiter, das sind ja die Sachen, die ich im Blick habe, wo ich einfach sage, ich glaube sehr daran, dass wir eine Republikaner-Regierung nächstes Jahr in den USA sehen. Und wie es dann der Finanzmarkt aufnimmt, bleibt natürlich sehr, sehr spannend. Sollen wir zurück zu Deutschland und da ist es so, dass ich halt diese zwei Parteien Germany first sehe und ja, ich weiß, AfD kann man denken, was man will, ich wähle sie auch nicht, das möchte ich glaube ich ganz klar an dieser Stelle sagen, weil das ist ja immer wieder, wenn ich so diese Partei reinwerfe, dann möchte ich ja vielleicht auch mal kurz das Thema ansprechen, aber nein, ich möchte sie nicht unterstützen, sondern ich möchte zum Großteil rational auf diese Sache sehen, weil ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist immer gegen, 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 gegen zu reden, weil ich glaube, dann gibt es immer noch mehr Wähler und ich sage einfach nur, es ist eine Germany first Partei, die meiner Meinung nach keine Erfahrung hat und ich glaube, sehr, sehr aufgeschmissen sein wird, wenn sie an der Macht ist. Deswegen könnte interessant sein, das zu sehen, hoffe aber nicht, dass es der Fall ist, weil ich sie also nicht wähle und wenn ich sie nicht wähle, möchte ich sie natürlich nicht an der Regierung haben. Das ist ja auch das Thema. Man wählt eine Partei, die dann mit anderen regiert wird, zum Beispiel eine Partei, die ich gewählt habe, die ist in der Regierung, aber die hat so wenig zu sagen. Ich glaube, da weiß jeder, welche es ist. Deswegen können die gar nicht richtig Politik machen. Die zweite Partei, die jetzt aufgekommen ist mit der Sarah-Wagen-Knecht-Partei, wird auch sehr spannend, glaube ich, und könnte natürlich nochmal einiges verändern. Aber zum aktuellen Fall, wir haben diese zwei Ministerien, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium, der eine sagt, nein, schwarzer Duhl, du kriegst kein Geld. Der andere sagt, ja, wir machen Atomenergie aus, dadurch haben wir teure Energie und ich habe kein Geld, um erneuerbare Energie zu fördern, um die Energie beziehungsweise den Strom wieder günstig zu machen. Wir sehen, glaube ich, viele verzweifelte Reden von Habeck genau über dieses Thema, weil er, glaube ich, den Druck von der Partei hat, dass er sagt, ich muss die Atomkraft stoppen, es geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite, ja, ich habe aber keine Mittel, um die Energie günstig zu halten und wenn es hier uns die Industrie abwandert, oh Gott, dann haben wir ein Riesenproblem. Aber ist doch schon gestoppt, also an der Stelle natürlich, auf der anderen Seite muss dann der Ausbau weiter vorangehen. Also ich habe jetzt kurz mal geschaut, was die Preise sind von einer Kilowattstunde in Deutschland. Da steht jetzt 30 Cent 29.10. 2023 liegen wir bei 30 Cent beziehungsweise 29,3. Das sind ein bisschen unterschiedliche Werte. Also ich denke, wir sind da auch ein bisschen runtergegangen. Aber gut, ist jetzt bei Verband. Also ich muss da ehrlich sagen, ich bin da auch jetzt nicht so tief in dem Themenfeld drin, aber natürlich kann es auch nicht sein, dass wir extern dann Strom einkaufen, sondern es muss natürlich aus der eigenen Leistung geschehen. Ich habe hier jetzt auch Zahlen, ein Durchschnittswert als Drei-Personen-Haushalt des 2022 lagen wir bei 37,30 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich, glaube ich, im europäischen Vergleich und auch global ein Spitzenwert, den wir hier haben. Genau das ist das Thema. Wir haben einen Spitzenwert an dieser Stelle und sind da Weltmeister. Wir sind Weltmeister. Deutschland ist Weltmeister im Strompreis. Sehr erschreckender Weltmeistertitel an dieser Stelle. Und genau das ist ja das Problem, was dann als Kritik von der grünen Partei kommt. Und zwar, wir haben jetzt zwar den Strompreis gesenkt, aber wir kaufen ihn ein von Ländern, die immer noch auf Atomkraft setzen und gleichzeitig auch Atomkraft ausbauen. Frankreich hier das perfekte Beispiel, wo natürlich immer noch sehr viel Kritik da ist. Also wir haben ein grundlegendes Problem. Wir kriegen es nicht hin und alles ist irgendwie darauf zurückzuführen, dass man schnell etwas durchdrücken möchte, wobei man da sehr viel diskutieren kann. Ist es schnell, weil Deutschland macht an Emissionen nur 0,6 oder 8 Prozent, das war auf jeden Fall eine gerade Zahl dahinter, dass ich sage, es ist so gering, müssen wir Vorreiter sein und uns dafür unsere eigene Wirtschaft kaputt machen? Großes Fragezeichen. Auf der anderen Seite und das ist das spannende Thema, weil darauf möchte ich eigentlich hinauskommen und zwar, wir sehen die schwarze Null so halten. Ich glaube, für normale Bürger, die nicht so tief im Thema sind, die sagen einfach, ja nur, wir keine neuen Schulden machen, das ist doch positiv, das ist doch gut, dann zahlen wir auch keine neuen Zinsen. Jetzt haben wir das Problem, wir sind in einer Währungsunion und diese Währungsunion ist natürlich so, dass jeder, der an dem Euro dranhängt, natürlich auch den Euro beeinflussen kann. Wie ist das jetzt gemeint? Und zwar, ich habe es vorhin kurz gesagt, wenn man die Geldmenge ausweitet, muss sie ja natürlich inflationiert werden. Also, das ist mein Lieblingsthema Ferrari, ganz einfach, hast du 10 Ferraris, jeder davon ist, ich sage mal, eine Million wert, jetzt hat der Schandau einen, fährt in unsere Garage raus, jetzt baut er einen Unfall oder ihm fährt einer rein, auf jeden Fall, der ist nicht mehr da, der ist kaputt, oh, müssen wir abschaffen. Einmal gibt es neun Stück. Neun Stück heißt also, dieser Wert dieser Ferraris steigert sich. Ganz einfach. So, jetzt kommt aber der Nächste um die Ecke und sagt, ah Leute, ich habe vergessen, ich habe noch 10 vom gleichen Modell, vom gleichen Baujahr unten in der Garage stehen, aber das war ein Geheimnis, aber jetzt lüfte ich das. Ja, was passiert mit dem Wert, wenn es auf einmal nicht 10 gibt, sondern 20, ihr geht nach unten. Und genauso ist es mit der Geldmengenausweitung. Gibt es mehr Geld, muss es inflationiert werden, sprich weniger Wert. Recht einfach. Nur, grob Inflation erklärt, der Hauptbestandteil unserer Inflation, auch wenn es MMT-Leute nicht hören wollen. Und das ist das große Problem. Und zwar, wir als Deutschland sagen, die schwarze Null muss halten. Was machen aber die Länder um uns rum? Sie inflationieren unser Geld, obwohl wir eine schwarze Null halten, indem sie Kredite nehmen, ihre Energie ausbauen, ihr Land ausbauen, ihre Straßen verbessern und wir in Deutschland sagen, wir nehmen keine neuen Kredite. und das ist natürlich ein riesen Fehler, meiner Meinung nach. Wenn doch alle mehr Geld aufnehmen, also Kredite aufnehmen, unsere Währung e-inflationieren, warum sollen wir das nicht auch tun? Es ist doch letztendlich, wir gehen da mit dem Strom, also wir schwimmen gegen den Strom, werden aber dafür doppelt so hart bestraft, weil wir bauen nichts aus, wir bauen keine erneuerbaren Energien aus, wir bauen keine neue Straßen. Ich glaube, Chando hat das beste Thema, auch der Wohnungsbau, der ist dann sehr gebremst, wenn wir kein Geld haben. Natürlich, alles logisch, aber wenn es die anderen Länder machen und wir werden doppelt bestraft, warum gehen wir nicht den gleichen Schritt mit? Weil, und jetzt kommt auch noch was sehr Spannendes, ich habe ja ganz oft schon das Thema Giralgeld angesprochen, habe immer wieder gesagt, kleine Hausaufgabe an alle an euch, googelt mal bzw. kümmert euch mal um das Thema Giralgeld. Was ist eigentlich Giralgeld? Und in diesem Fall muss ich es erklären, damit man versteht, was gerade passiert. Und zwar haben die europäischen Banken gerade eine große Angst davor, was nämlich die Anhebung der aktuellen Mindestreserven betrifft. Jetzt fragen wir uns, was heute redet der da? Ganz einfach erklärt. Ich möchte jetzt ein Kredit darauf nehmen von 1.000 Euro. Sagt die Bank, kein Problem, hier, hast du 1.000 Euro, so und so viel Zinsen, alles gut. Und dieses Geld, das ist dann Giralgeld, das entsteht ganz einfach, indem die Bank dann zur EZB geht und sagt, hallo, hier, ich habe einen Kunden, der will 1.000 Euro, ich gebe dem die 1.000 Euro, schicke mir die mal rüber. Und dieses Geld wird nicht einfach irgendwie aus dem Tresor geholt oder so, sondern es wird neu erschaffen. Das ist Giralgeld, es wird Giral neu erschaffen. Was muss die Bank tun? Sie muss dafür 1% Rücklage abgeben, also Mindestreserven. Sprich, ich kriege 1.000 Euro, die neu erschaffen werden und die Bank legt dafür bei der EZB 1% an, sprich 10 Euro. So. Und das ist natürlich schon mal richtig krass, das ist Giralgeld, so funktioniert das Ganze. Also sehen wir in diesem Sinne die 10 Euro, die sie als Reserve zurücklegen und diese, wenn man das gegengerechnet, 990 Euro, die neu erschaffen werden. Also ist schon krass. Und jetzt kommt der Knackpunkt und das könnte nochmal sehr spannend sein für viele, die Kredite nehmen wollen, weil die Banken dann vielleicht sagen, so hoch können wir nicht machen, so viel Mindestreserve-Geld haben wir nicht. Und zwar, die Mindestreserve wird nämlich angehoben von 1% auf 2%. Und das ist natürlich wieder ein Thema, jetzt sagen wir, ein Prozentpunkt, was ist denn das? Aber jetzt stellen wir mal vor, jetzt gehen wir mal ins Schandhausbereich, jetzt wollen wir ein Projekt hochziehen, also einen Bau und sagen, Wohnungsbau, ich weiß nicht, in welchem Rahmen bewegen wir uns da, ich sage jetzt mal eine Milliarde, zwei Milliarden, oder? Ich weiß nicht, du hast da wahrscheinlich mehr Zahlen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in einer großen deutschen Innenstadt in, keine Ahnung, 100 Parteien Haus hochziehen, was zahlt man dafür? Was hast du, hast du da eine Zahl irgendwie? Das ist genauso, wie ich mal gefragt worden bin, was kostet eine Wohnung in München? Das kann man so bauscheinlich sagen, aber und 100 Parteien, weiß ich nicht, 300 Millionen? Ja, und für diese 300 Millionen? Also in guten Lagen, sie haben aber auch günstig gebaut werden, also irgendwas zwischen 50 bis 300 Millionen, würde ich mal auf den Baubschlag sagen. Ja, wir haben aber 300 Millionen, da gibt es noch Verzögerungen, da sind es 500 Millionen, wir wissen ja, wie sowas läuft, aber es ist eher bei öffentlichen Bauprojekten. Jetzt haben wir einfach mal die Zahl 500 Millionen, um es besser zu rechnen. Für 500 Millionen muss also die Bank auf einmal 5 Millionen zum aktuellen mit 1% hinterlegen, 5 Millionen und demnächst sind es dann 10 Millionen, die die Bank einfach mal hinterlegen muss, damit du einen Kredit von 500 Millionen bekommst. Bei den Summen, glaube ich, ist eine Million, zwei Millionen mehr, glaube ich, nicht mehr so ausschlaggebend, weil ich glaube, derjenige, der so viel Kredit nimmt, der hat auch einige Rücklagen beziehungsweise einiges vorzuweisen. Also sage ich ganz klar, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was hier passiert, weil diese 2% könnten dann natürlich auch nochmal für die Bundesregierung, das war ja das einleitende Thema, auch nochmal sehr spannend sein, weil auf einmal die Bundesregierung, die dann vielleicht Milliarden an Krediten nimmt, die dann auf einmal eine höhere Mindestreserve abgeben muss über die eigene Bank, da muss ich ganz ehrlich sagen, könnte auch nochmal interessant werden, ob die dann sagen, oh, können wir jetzt so viel Mindestreserve abgeben oder brauchen wir das doch noch irgendwie im anderen Bezug, dass wir sagen, so viel können wir nicht abgeben, also müssen wir kleinere Kredite aufnehmen. Also spannende Sachen, die im Moment passieren, wie ich finde und das wollte ich gerne mal mitgeben. Und das Thema Inflation ist auch sehr, sehr spannend, warum haben wir so eine krasse Inflation und da noch eine Zahl zum Thema Geldmenge und ich finde diese Zahl so krass. Ich glaube, ich habe es mal erwähnt und zwar in der Corona-Zeit ist es so gewesen, dass wir am Anfang der Corona-Zeit 100%, also alle Dollar, die es existierten, sind ja 100% und wenn man diese Zahlen vergleicht zu den 100% Anfang Corona, zu der Geldmenge der Dollar, die man danach hatte, kommt man auf einen einfachen Dreisatz, kommt man auf eine Zahl von über 200%. Das heißt also, die Geldmenge der Dollar haben sich mehr als verdoppelt. Mittlerweile mehr als verdoppelt, damals war es ganz schnell in kürzerer Zeit und zwar in zwei Jahren Corona verdoppelt. Das ist eine krasse Zahl. Aktuelle Zahlen sind 2009 gab es 8.475 Milliarden Dollar Geldmenge M2 der Federal Reserve. Also nicht generell die es gab, sondern die Geldmenge M2 der Fed bzw. der Federal Reserve. 8.475 Milliarden. Jetzt der Vergleich. 2023 20.705 Milliarden. Das ist ein Unterschied von über 12.000 Milliarden. Das sind Zahlen, das kann sich gar keiner ausmalen, was sind Zahlen, die sind so lang und so krass, aber der Differenz sind hier über 12.000 Milliarden Dollar, die es im Vergleich zu 14 Jahre, Bitcoin White Paper 15 Jahre, hier reden wir von 14 Jahren 2009 bis 2023, so viel Geld neu erschaffen wurde. Wahnsinn. Also die Bitcoiner schreiben dazu in diesem Fall ganz einfach Bitcoin 2009 21 Millionen 2023 21 Millionen 2140 bis dann ist der letzte Bitcoin gemeint 21 Millionen und das ist natürlich auch krass. Also hier das inflationäre Geld, was immer weiter in Geldmenge ausgeweitet wird und dann das deflationäre Geld, Spargut, digitale Gold, nennt das wie ihr wollt, Bitcoin, was immer bei 21 Millionen bleibt. Krasse Zahlen oder Schando? Also ich musste auch immer wieder schlucken, wenn ich diese Zahlen sehe, weil es ist einfach, wenn man es da mal wirklich sieht und da gibt es ja auch Grafiken zu, dann noch krasser als zu hören, die Geldmenge verdoppelt sich und hier sehen wir, das ist schon heftig, oder? Viele Zahlen, sehr, sehr viele Zahlen. Ich wollte noch zu Basel 3 vielleicht was sagen, wegen dem Kapitalerhaltungsbuffer, was die Banken auch vorweisen müssen. Es sollte nach Basel 3 bei 2,5% liegen, wenn ein Kredit ausgegeben wird, aber je nach Ländern kann es zwischen 0 und 2,5% liegen. Also ich denke, was du gerade bestrieben hast, von einem Prozent wahrscheinlich im Standard, wir sind keine Banker, dass es dann auf 2% angehoben werden soll. Aber es sollte 2,5% Kapitalerhaltungsbuffer geben. Ja, auf jeden Fall, wir sehen, also anhand deiner Zahlen ist es dann wieder gut, dass es dann vielleicht auch angehoben wird, um vielleicht auch die Geldmengeausweitung zu stoppen, weil man auf einmal mehr zurücklegen muss, um neues Geld zu erschaffen, was dann vielleicht auch wieder diesen Erschaffungsprozess, sprich Giralgeld, ein bisschen hemmt, was vielleicht auch nicht verkehrt ist, wie ich finde, weil was ja dann wieder auf die Inflation zurückgreift, dass wir dann weniger Inflation haben, da noch die letzten Zahlen von meiner Seite hier an dieser Stelle, die ich rausgesucht habe und zwar Statistisches Bundesamt. Inflation sinkt im November auf 3,8%. Und jetzt muss man ganz ehrlich sein, nur weil die Inflation sinkt, ist es ja das, was wir alle tagtäglich erleben, nicht so, dass du in den Laden gehst und auf einmal sind wir wieder bei normalem Niveau mit unseren normalen Preisen für Lebensmittel, sondern das heißt einfach nur, dass wir eine gewollte Grundinflation von 2%, die jährlich entsteht durch die EZB, FED und so weiter, die sagen, 2% Inflation muss es geben, sprich, unser Geld wird 2% jedes Jahr entwertet, also können auch die Preise im Vergleich 2% steigen. Jetzt sehen wir so, dass wir sagen, unsere Inflation sinkt, ja, weil wir eine hohe Inflation haben, auf 3,8%, immer noch mehr wie die gewünschte Mindestinflation oder die gewünschte jährliche Inflation der Zentralbanken, aber das heißt jetzt nicht, dass unsere Preise gesunken sind, weil die Inflation sinkt, sondern dieses Sinken steht einfach nur dafür, dass unsere Preise langsamer steigen und nicht so schnell, weil die Inflation geringer ist. Also es sind auch wieder so Sachen, es hört sich immer so positiv an, was hier von den Öffentlich-Rechtlichen auch hauptsächlich dann geschrieben wird und ja, es sinkt und das ist positiv und in den News steht dann auch immer wieder, ja, jetzt kommen wir wieder auf Preisniveau oder normale Preise, dem ist ja nicht so. Inflation bleibt Inflation, Inflation haben wir jedes Jahr, es wird alles jedes Jahr einen gewissen Teil teurer, weil unsere Geldmenge ausgeweitet wird durch Giralgeld, was jeden Tag passiert, alles gerade erklärt, ich merke gerade, ich könnte Banker werden, möchte ich aber nicht und dann ist es so, dass wir Inflation jetzt sehen, die zwar sinkt im Vergleich zum Vormonat beziehungsweise im Vergleich zum Vorjahr, aber unterm Strich steigen die Preise trotzdem. Ja, wir kommen von einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau auf ein sehr, sehr hohem Niveau runter. Also das ist jetzt auch keine signifikante Verbesserung. Ich kann an der Stelle, das habe ich dir jetzt auch weitergeleitet und wird auch Teil meiner Präsentation dort am Freitag, also in dem Fall, wenn ihr es am 2. November anhört, am 3. beim LOC eben auch sein, ein Element und zwar die Kaufkraftentwicklung. Also Entwicklung der Kaufkraft von 100 Euro seit dem Jahr 2000 habe ich hier, weil ich dir jetzt auch gerade bei WhatsApp weitergeleitet, aber vorbildlich hat der Stefan natürlich sein WhatsApp ausgemacht, damit kein Bing-Bing auf einmal kommt während der Podcast-Aufnahme, aber hier steht, kann ich sehr, sehr empfehlen, sehr nachvollziehbar von Röhl Capital GmbH, aufgestellt am 30. Mai 2022. Also in 22 Jahren ist diese Kaufkraft von 100 Euro um ein Drittel gesunken. Und das sind Daten von der Deutschen Bundesbank, also der Verbraucherpreisindex. Schaut euch mal Verbraucherpreisindex als Deutsche Bundesbank an und wie sich dieser Geldwert, das weiß man ja. Ich meine, das spürt man ja auch, 100 Euro, als wir damals 100 Euro ausgegeben haben, da haben wir zwei volle Einkaufswegen gehabt. Und jetzt mittlerweile rennst du mit einer, na ja, zwar vollgepackten Tüte, aber trotzdem mit einer Hand, also was du in einer Hand transportieren kannst, kommen da 100 Euro auf einmal rein und nicht zwei Einkaufswegen. Ja, und das ist ja das, was ich sage. Wir haben eine Geldmengeausweitung durch zu viele Kredite, zu viel Girardgeld und das ist ja das, was zu einer Corona-Zeit passiert ist. Dadurch haben wir eine hohe Inflation. Die spüren wir alle. Und jetzt wieder zurück zu dem, was ich sage, wenn doch unsere ganzen Länder um uns herum weiter Kredite aufnehmen und unser eigenes Geld inflationieren und wir sagen, nö, machen wir nicht und unser eigenes Land verliert dadurch an Innovation, an Ausbau, an Weiterbau der erneuerbaren Energie, auch unser Lieblingsthema, was wir schon mehrmals hatten hier im Podcast, das Thema Nord-Süd-Trassen, was ja dann auch wieder gestoppt wird beziehungsweise nicht weitergeführt wird, weil kein Geld da ist. Also, da sind ja dann so viele Themen, die einfach auf der Strecke bleiben und andere Länder überholen uns dann einfach. Und, wenn du dann diese Zahlen siehst, du musst ein bisschen schmunzeln, weil, es war eine Zahl, die diese Woche aufkam, Deutschland steigt auf, zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf. Da denke ich, ja, schön, dass wir jetzt drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, aber was sind wir denn in zehn Jahren, da sind wir vielleicht nur noch 50. und das ist doch traurig und wenn man doch solche Zahlen präsentiert und da auch für gefeiert wird, was ja auch auf Twitter passiert ist, dass ja viele Regierungsmitglieder auch gesagt haben, das ist doch eine tolle Zahl, das ist doch schön. Da sage ich, ja, das ist eine schöne Zahl, aber das ist doch gerade nur der aktuelle Ist-Zustand und ihr müsst doch daran arbeiten, dass dieser Ist-Zustand auch ein Bleibe-Zustand bleibt, weil wir ein großartiges Bruttoinlandsprodukt haben, eine tolle Wirtschaft und tolle Unternehmen plus tolle Innovation. Deswegen ist es ja auch als Schwerindustrie-Nation gar nicht so verkehrt, wenn andere Länder Aufschwung erleben, also ich rede jetzt nicht von Europa, aber andere Länder auf der Welt Aufschwung erleben, die dann vielleicht unsere Maschinen brauchen und wir wieder exportieren können, als, so nennt man es und ich weiß gar nicht, ob wir es noch sind, aber Exportweltmeister, was wir mal auf jeden Fall mal waren, ich glaube durch unsere Autos, aber unsere Autoindustrie ist wieder auch ein Thema für sich, da könnte man ganze Folge Podcasts füllen, da möchte ich gar nicht drauf weiter eingehen. Auf jeden Fall, ich bin dafür, wir sollten definitiv schauen, dass es so bleibt mit der drittgrößten Volkswirtschaft, wo ich aber sehr große Angst habe, dass es genau nicht so bleibt aufgrund der aktuellen Situation und die habe ich ja ausführlich erklärt mit unserem Wirtschaftsministerium, unserem Finanzministerium, die sich absolut uneinig sind, obwohl das zwei Faktoren sind, die stark zusammenarbeiten sollen. Ja, natürlich gibt es da immer Konkurrenz, der eine möchte Geld ausgeben, der andere möchte das Geld wiederum in der Tasche halten, also ist schon nachvollziehbar, dass da vielleicht auch ein bisschen wie bei Oppositionen, es ist gut, dass es in der Regierung, also nicht in der Regierung, sondern im Bundestag Oppositionen gibt, mit so ein bisschen Kontrollmechanismus, also ich denke so, deswegen meine zwei, zwei plus auf unser demokratisches System, ich denke, das ist eine an sich sehr, sehr solide Idee, wie wir als Gesellschaft zusammenwirken sollten, wenn dann aber die DAO kommt, dann, also die DAO-Regierung, dann glaube ich, dann bin ich bei einer eins oder eins plus, vergebe ich da. Was ich noch sagen wollte zu dem Ranking der 20 Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt, also was sind die größten Volkswirtschaften der Welt, das war im Jahr 2022, selbstverständlich, USA mit 25, Gott, ich kann die Zahl gar nicht lesen, 25.000 Milliarden, was ist das, Billionen, Trillionen, ach hey, auf jeden Fall eine sehr große Zahl, ich denke, 25 deutsche, also deutsch ausgeschriebene Billionen sind das, oder 25 trillion US-Dollar in Englisch, danach kommt China, danach kam Japan, relativ dicht gefolgt von Deutschland und dann kommt Indien, Großbritannien, Frankreich, Russland, das war 2022 und wir wissen alle, Indien, die fahren schon mit den Hufen, ich glaube, wir haben, wenn nicht sogar die weltgrößte Population jetzt mittlerweile in Indien, irgendwas bei 1, zwischen 1,4 und 1,7 Milliarden Menschen und die sind natürlich auch ein extrem wachsender Start, deswegen, wenn sich hier die Rangordnung verändert wird, ich denke, das ist auch einfach nur natürlich. Ja, und Indien ist ja genau der, der hinter uns steht und wie du es gesagt hast, mit dem Hufenchart. Puh, ich finde, wir haben einige krasse Zahlen besprochen, wir hatten jetzt auch so eine Zahl, wo man sagt, was ist das, wie hoch ist die, wie 0 sind das, da hat man öfters Probleme und dann, wenn man dann noch mit englischen Artikeln arbeitet, mit Billion und Trillion, Millionen und Milliarden umgedreht in Deutschland, was immer sehr, sehr verwirrend ist. Ich hatte aber wirklich mir diese Zahlen rausgesucht, weil ich gesagt habe, ey, was da aktuell passiert und was aktuell komisch ist in Bezug auf Neuwahlen, in Bezug auf was nächstes Jahr passiert ist mit der US-Regierung, ich wollte mal vieles loswerden und ich glaube, ich habe das, was ich sagen wollte, gut gesagt und alles mal erwähnt, was ich wirklich mal erwähnen wollte, zumindest das, was ich auf meinem Notiz, nein, ich habe hier nichts vorgeschrieben, das ist kein gescripteter Podcast, ich glaube, das kann man auch mal erwähnen, alles was wir sagen, das erzählen wir so und wenn wir mal irgendwelche Zahlen gerade suchen, dann gucken wir mal gerade schnell nach, nur weil ich hier am PC sitze und aufnehme, heißt das nicht, dass ich hier nebenbei ein Script stehen habe, nein, das ist nicht der Fall, ich glaube, jeder, der die Kryptoeule YouTube-Videos kennt oder mindestens die Livestreams, der weiß, Stefan kann gar nicht scripted Videos machen beziehungsweise irgendwas ablesen, weil lesen ist oft so ein Problem, wenn du dann gleichzeitig, du hast die Kamera am Laufen, du möchtest eigentlich Sachen erzählen, du möchtest in den Chat gucken und dann noch irgendwas vorlesen, also ich glaube, da bin ich derjenige, der das überhaupt nicht kann und deswegen nochmal hier der Hinweis, wir haben einen komplett ungescripteten Sprüche, gibt es keinen Text, hier ist alles improvisiert, kann man fast sagen, wir sind eigentlich Impro-Künstler in dem Sinne, wir haben ein Grundthema oder wir laden Gäste ein und wo es dann hingeht in diesem Gespräch, ich glaube, da kann man sagen, das ist dann immer wieder individuell mit dem Gast oder die Themen, die wir aktuell auch haben, das glaube ich, ich glaube, das können wir schon verraten, das kann man für nächste Folge auch sehr gut sagen, wo wir auf einmal ein ganz anderes Thema, wir hatten, glaube ich, grundlegend gesagt, wir reden voll über Krypto, wo wir dann wirklich mal in die gesellschaftliche Schiene abgedriftet sind und auch sehr lange geblieben sind, was mich persönlich sehr freut, wenn man dann mal Meinungen austauschen kann, und ich glaube, was unseren Gästen auch sehr gut gefällt, deswegen auch nochmal hier an dieser Stelle der Aufruf für jeden von euch aus unserem ungescripteten Podcast, wir haben ja auch sehr viele Short-Videos beziehungsweise Instagram-Posts, wir haben TikTok-Posts, wir haben LinkedIn-Posts, gerne, schreibt uns gerne mal, was wünscht ihr euch von diesem Podcast, wo habt ihr Gäste-Wünsche, was sind Anregungen, was sind Fragen vielleicht auch an uns, wo wir vielleicht mal in der nächsten Folge, wo wir zu zweit sind, gerne drauf eingehen, ich weiß, die Reaktionen unserer Folge 21 waren sehr, sehr positiv, das, was ich erhalten habe, und falls es nicht jeder mitbekommen hat, wir haben sehr viele Instagram-Follower, und da auch ein sehr breites Publikum, die uns gerne immer mal wieder Reaktionen auf unsere Statuse, Storys, wie auch immer man das Ganze nennt, bei so vielen Social-Media-Kanälen, kommt man, glaube ich, mit den Begriffen durcheinander, sehr viele coole Kommentare, und auch positive Reaktionen, deswegen freut uns das immer sehr, wenn ihr auch mit uns Kontakt aufnehmt, und da freue ich mich sehr immer drauf, dann Reaktionen von euch zu sehen, über das, was wir hier reden, und natürlich auch, über welche Themen wir hier behandeln, weil, ja, wir reden zwar hauptsächlich über Web3, und was unser neues Internet mit uns bringt, aber unterm Strich, Geldpolitik, doch wieder ein bisschen Politik, Finanzwesen, all diese Sachen, die spielen natürlich voll drauf ein, weil wir wollen natürlich mit dem neuen Internet, mit dem Web3, weil wir natürlich viele neue Sachen, die es zwar in der alten Welt gibt, aber komplett, oder was heißt komplett, anders, glaube ich, aufrollen, und natürlich besser machen. Ich denke, unser Gast beim nächsten Mal, so viel können wir verraten, der hat auch ganz, ganz tolle Visionen, wie unsere Gesellschaft da zusammenwirken soll, wir haben die Folge schon aufgenommen, es war unglaublich spannend, und vor allem, er kommt ja auch aus der alten, traditionellen Wirtschaft eigentlich, also er ist Quant, er ist eigentlich im Finanzwesen unterwegs, Mathematiker, und war auch, kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, war er beim Aktionär, also der Aktionär, wer das kennt, die Sendung, da war er ja zuerst, und dann konnte er bei uns, ja, nach Herzenslaune erzählen, und wir haben das gerne mit aufgenommen, was das denn eigentlich dann für uns im Allgemeinen bedeutet, weil das Geldsystem, die Geldpolitik, das Finanzwesen, das betrifft uns alle, das ist für uns alle relevant, ich habe jetzt viele Zahlen gesehen, was zum Beispiel Baupreise, aber auch Neuentwicklungen von Immobilien anbelangt, ganz, ganz viele Projektentwickler gehen jetzt gerade hops, die teilweise leider Veruntreuung von Gelder gemacht haben, also viele Projekte aufgesetzt haben, weil natürlich günstiges Kapital einzuholen war, teilweise dann auch andere, von anderen Projekten Löcher gestopft worden sind, also ein Dachkonzern, der dann irgendwie vier, fünf, sechs, vielleicht sogar teilweise hundert, habe ich so eine Reportage gesehen, ich glaube, das war ein CDF, eine Wohnungsbaugesellschaft oder ein Projektentwickler für Wohnimmobilien, der dann Gelder veruntreut hat, Rübe geholt hat auf andere Projekte, wenn da mal Not am Mann war, das funktioniert alles, solange der Zins auch niedrig bleibt, solange er auch die Kredite, die er ja selber aufnimmt, auch weiterhin bedienen kann, aber dadurch, dass jetzt diesen Explosionen auf dem Zinsmarkt im Verhältnis zu einer soliden Null oder teilweise, also sagen wir mal 0,5 oder in diesem Sektor, wie wir unterwegs sind, wenn dann mehrere Prozent auf einmal da sind, das hat dazu geführt, also diese erschreckenden Zahlen habe ich noch nie gehört, aber zum Vorjahreswert Neubauten sind um 50 Prozent, also 50 Prozent sind Neubauprojekte, Starts von Neubauprojekten für Wohnimmobilien eingebrochen, das wiederum wird heißen, dass der Wohnungsmarkt noch mal eine größere Problematik erfahren wird, die Mieten steigen und, 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 also da kommen auch Elemente auf uns zu, die natürlich mit der Geldpolitik zusammenhängt und da sicher auch alternative Systeme herkommen sollten, die einfach, ja, uns, uns, uns besser aufstellen und ich habe vorhin übrigens beim Strompreis auch geschaut, weißt du, wo der Strompreis am günstigsten ist? Indien, Russland, China, in Venezuela, aber das hängt damit zusammen, dass die Hyperinflation gerade den Strompreis absolut runter auf 0,000, ich hau mal ein paar Nullen noch dazu, 0,000, 36 Cent getrieben hat, aber, also, teilweise irre Entwicklungen und da fragt man sich, ist denn alles noch ganz sauber, was wir so treiben und was wir so machen als Gesellschaft? Ja, deswegen wollte ich das unbedingt mit reinreden, damit auch vielleicht mal jeder, der uns hier zuhört, vielleicht auch versteht, warum zahle ich denn jetzt so viel für den Strom? Also da ist, die Erklärung ist recht einfach, weil zwei Ministerien sich nicht einsig sind und wenn da vielleicht von Anfang an mehr zusammengewachsen wäre und man gesagt hätte, pass auf, Atomausstieg, ja, aber erst in drei, vier Jahren und bis dahin bauen wir krass die neuerbaren Energien aus, dafür brauchen wir aber viel Geld, glaube, dann wären wir auch glimpflich aus dieser Sache rausgekommen, aber natürlich, aufgrund von, wir wissen was auch geht, auf unserer Straßen, Friday for Future und so weiter, ganz viel Druck von außen, hat die grüne Regierung gesagt, wir sind gewählt worden, weil wir diesen Auftrag haben und deswegen ziehen wir das durch. Wir haben ja alle gesagt, wenn ihr da raus wollt und wenn das so gewünscht ist von der Gesellschaft, dann können wir das ja machen, aber wir brauchen einen Plan dafür und nicht einfach nur, wir machen und gucken mal, was dann passiert, weil das Ergebnis haben wir, glaube ich, gesehen. Und warum weiß ich nicht, wer auf Platz 1 ist, auch ganz einfach erklärt, ich schaue natürlich auf das Land, wo ich lebe und das ist ganz oben, deswegen brauche ich nicht nach unten scrollen, traurig aber wahr. Du hattest mich letzte Woche gefragt, was hier mit der Flutkatastrophe und so los ist und eigentlich wollte ich dich in der letzten Folge fragen, was bei dir gerade so los ist, aber wir sind so weit vom Thema abgekommen, beziehungsweise von dieser Frage, dass wir sie dann doch nicht mehr gestellt haben, weil der Podcast dann doch sehr lang wurde. Wir sind jetzt aber auch schon sehr lang, aber ich weiß, dass du aktuell sehr viel unterwegs bist und sehr viel vorhast, deswegen erzähl doch mal gerne, was du gerade so machst. Ich war ja auch viel unterwegs, aber nicht unbedingt so in meinem normalen Milieu unterwegs, sondern eher auch viel privat, deswegen habe ich jetzt aktuell nicht so viel zu erzählen, was gerade so passiert und auch auf gewinsten Situationen, die gerade so passiert sind, habe ich gesagt, ich entspanne mich mal, ich meine, der Winter kommt, kommt er, wir wissen es nicht, globaler Wärmung, wer weiß, was so kommt, kommt der Schnee, wir wohnen in der Eifel, wenn Schnee kommt, dann kommt er richtig, deswegen ich bin im Moment sehr viel zu Hause, deswegen kann ich nicht viel berichten, aber ich weiß, dass du sehr viel unterwegs bist, deswegen Shandor, erzähl mal, was treibst du so gerade, du hast ja auch Anfang des Podcasts gesagt, mit wem du gerade Termine hast, beziehungsweise mit wem du dich getroffen hast und auch natürlich unterhalten hast. Ja, ich war viel unterwegs, ich war bei der Ingenieurkammer-Tagung, also Ingenieurkammer Sachsen, hat 30-jähriges Jubiläum gefeiert, wunderschön, natürlich nach der Wende, nach der Wiedervereinigung Deutschlands, wurde dann auch eine Ingenieurkammer ins Leben gerufen in Sachsen und es war einfach schön, es war einfach sehr sympathisch, es waren, wie du sagen würdest, die alten grauen Männer, teilweise weißen Männer, aber hoch sympathisch, an der Stelle wollte ich nämlich sagen, dass das extrem hervorgestochen hat, es waren ungefähr 300 bis 350 exklusive Gäste, sogar internationales Klientel, also auch aus den Anrainerstaaten, kamen Vertreter von verschiedenen Ingenieurkammern, sage ich mal, aus dem Ausland auch und wir waren dann 350 Leute und ich war Panelist und habe zum Thema KI im Bauwesen gesprochen, aber auch ein bisschen mehr, also auch KI bei der Kommunikation, KI bei der Sprachvermittlung, also ich habe auch vorher geschrieben gehabt in den Social Media Posts, dass vielleicht die babylonischen Sprachverwirrungen jetzt durch KI aufgehoben werden, weil ich auf einmal alle Sprachen beherrsche und das auch noch synchronisiert wird, also meine Lippensynchronisation mitbestimmt wird, weil es auch mein Sprachsound ist, also meine Stimme wird verwendet, also es ist schon irre, was alles möglich ist, jetzt mit künstlicher Intelligenz, also was sich da getan hat und zwar es gab eine Umfrage bei dieser Ingenieurkammertagung und da ging es dann darum, dass gefragt worden ist, wird künstliche Intelligenz einen Einfluss, also künftig einen Einfluss auf das normale Arbeitsleben haben, auf das normale, vielleicht sogar auf den normalen Alltag und da haben und wohlgemerkt, es waren 65 plus, also der Meridianalter lag vielleicht bei 60, teilweise 70 Jahren bei diesem Publikum und 65 Prozent der Leute haben gesagt, ja, künstliche Intelligenz wird einen Einfluss haben und zwar einen positiven Einfluss auf mein tägliches Doing und drei Prozent haben gesagt, dass es ja, es wird einen Einfluss haben, einen negativen und 65 zu 3 Prozent ist natürlich eine sehr, sehr ambitionierte, positive Haltung gegenüber neuen Technologien und die anderen Prozent waren eben, es wird keinen Einfluss haben und Enthaltungen, aber so in dieser Größenordnung, das wollte ich ja vorheben, das war vorletzte Woche und letzte Woche war ich auch sehr viel unterwegs, da habe ich auch auf Social Media gepostet, jetzt komme ich quasi in das traditionelle Geldsystem rein, ich habe mich mit vielen Privatbanken ausgetauscht, ich habe mich mit der Fürst Fugger Privatbank getroffen und weist Fugger, eines der ältesten Geldhäuser, Jakob Fugger, eines der reichsten Menschen der Weltgeschichte, die Bank dahinter aus Augsburg, auch mit der Fuggerei kennt man vielleicht das erste soziale Wohnprojekt, auch ein tolles, tolles Thema und wir haben uns da richtig toll unterhalten. Ich habe da, Leiter Asset Management war da, ich glaube KI Gremium war da und Teilungsdirektoren, also es war, ich habe da eine ganz schöne Horde unterhalten, dann war ich auch bei einer Privatbankentagung, dann hatte sich Zeitenwende, dann habe ich noch mit Bankhaus Metzler gesprochen, dann habe ich mit einem Hedgefonds gesprochen, dann habe ich mit Bankhaus Scheich, die auch sehr, sehr groß im Cryptospace unterwegs sind, ja, also habe da wirklich zu dem traditionellen Geldsystem die Nähe gesucht, weil vielleicht auch dadurch, dass ich einen Essay verfasst habe, hier ein großes Interesse da war und diesen Essay würde ich tatsächlich hier im Podcast als Abschluss auch vortragen, also wenn es für dich in Ordnung ist. Natürlich, ich bin ja immer wieder gespannt, mit wem du dich alles unterhältst, mit wem du dich immer so triffst, weil ich finde, das ist sehr, sehr spannend zu erfahren und auch natürlich zu sehen für die Zuhörer, wer sich eigentlich hier mit wem unterhält, der vermeintliche Krypto-Experte, der ein bisschen auf Aktien und Geld schaut und der Bauingenieur, der gleichzeitig an der OTH Hochschullehrer an der Hochschule ist und sich mit wahnsinnig interessanten Personen unterhält. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben gerade keine Krypto-Allzeithochs, also die meisten Gäste hier in diesem Podcast kommen so aus dem, wo du dich unterhältst oder mit Leuten, denen du dich auf Veranstaltungen triffst. Deswegen sehr spannend aktuell die Zeiten, an der du dich befindest, zu sehen, weil ich aus meiner Krypto-Perspektive habe jetzt nicht von hohen Preisen und neuen Innovationen zu sprechen, was aber wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder kommt. Deswegen sehr, sehr gerne erzähl, was oder lese vor, was du alles so treibst beziehungsweise was du in deinem Essay geschrieben hast. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass es diesen Space gibt und dass die, die jetzt hier unterwegs sind, das auch verdammt ernst meinten. Die sind nicht darauf aus, dass schnell mal Geld gemacht wird, dass Leute abgezogen werden. Es gibt ja in Hochphasen, gerade auch im digitalen Zeitalter, das war bei Dotcom nicht anders, viele Glücksritter, die einfach nur das schnelle Geld suchen und dann auch gewisse Werte einfach nicht vorantragen. Und wenn ich jetzt von Privatbanken spreche, das sind Unternehmen, das sind Geldhäuser, das sind Vermögensverwalter, die über viele, viele Generationen die Werte erhalten, die über hunderten von Jahren Bankhäuser sind, die existieren, die Wohlstand sichern, konservieren und trotzdem haben die eine große Offenheit, was neue Technologien anbelangt. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hängt auch vielleicht ein bisschen mit dieser Haltung zusammen. Die älteren, ehrenwürdigen Herren, die bei der Ingenieurkammer waren, eben 60+, die dann aber total groß interessiert am Thema KI waren. Das ist einfach eine schöne Haltung und nicht nur kurzlebig und brutal, sondern das hat auch einen langen Wertebestand und das fand ich eine schöne Haltung, die wir auch im Kryptospace, also selbst wenn jetzt dann die Preise hochgehen werden, hoffe ich, dass diese Werte irgendwie weitergetragen werden könnten und inspiriert durch meine Partnerin habe ich dann eben diesen Essay verfasst, der so lautet, Ode an die Demut und Besonnenheit im Spannungsfeld zwischen Kryptomillionen und traditioneller Vermögensverwaltung. Ja, klingt hochtrabend, wahrscheinlich wird es auch mehrere solche Essays geben. Ein Aufsatz und den würde ich jetzt gerne vorlesen, also Essay zu Kapital und Technologie habe ich das genannt. Ich bin ja auch beim BAI, beim Bundesverband für Alternative Investments, zum Thema neue Technologien und Asset Management und deswegen bewege ich mich in diesem Hochkapital ein bisschen umher, höre mal, was die so zu erzählen haben und dann habe ich eben meine Erlebniserzählung eben verfasst. Es ist ein außerordentlich warmer Vormittag im Oktober und ich beschließe mit dem Fahrrad aus Schwabing in die Altstadt zu fahren. Ich entscheide mich für eine ruhige Alternative zur vielbefahrenen Leopoldstraße und manövriere mich durch große bayerischen Namen. William runter, rechts auf Franz Josef, dann gleich links auf Friedrich. Gleich das zweite Bauwerk linker Hand noch vor dem Leopoldpark besticht durch das imposante Eingangsportal, welches von Marmorstatuen zweier kindlicher Engel flankiert wird. Die Stadtvilla im Jugendstil des Bankhauses Donner und Reuschel. Ein glanzvolles Gebäude, welches sich seit 1798 um das Kapitalvermögen der Privatkunden, Unternehmer und Institutionelle sorgt. Durch das angesagte Studieviertel der Maxvorstadt führt es mich vorbei an den Straßencafés hin zu den Pinakotheken, vorbei an meiner Alma Mater der Technischen Universität München. Einfach nur so zwecks eines nostalgischen Blicks. Die Sonne brennt mir frontal ins Gesicht, als ich mich auf Höhe des Königsplatzes von den Propyläen abwende, in das Rondell am Karolinenplatz einsteige, um wieder entlang monarchischer Namen meinen Weg Richtung Frauenkirche fortzusetzen. Wo bildet es des Königs Ludwig I. Max-Josef-Straße, Maximiliansplatz. In der Straße zu gedenken an Michael von Faulhaber, welcher zum Ende des Ersten Weltkriegs als Erzbischof und später zum Kardinal von München und Freising berufen wurde, fällt mir ein weiterer Name von historischem Weltrang auf. Fugger. Eine europäische Dynastie. Die Fürstfugger Privatbank blickt auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. Seit dem späten 15. Jahrhundert waren sie die Hausbank der Habsburger. Jakob Fugger von 1459 bis 1525 gilt noch heute als einer der reichsten Menschen der Weltgeschichte. Am Dom zu unserer lieben Frau, dem Münchner Wahrzeichen angekommen, denke ich nach. Diese spätgotische Kathedrale wurde ungefähr zu der Zeit eingeweiht, als Jakob Fugger sein Finanzimperium bereits aufgebaut hatte, das nun über 500 Jahre bis in unsere Gegenwart reicht. Wie viele Generationen das wohl sind? Wie weit reichen die Dokumentationen meiner Ahnen zurück? Ich stocke, als mir klar wird, welch kurzer Wimpernschlag die Zeit zwischen dem Erhalt meines Diploms und dem heutigen Fahrradausschlug ist, gemessen an den Jahrhunderten der Fugger-Dynastie oder die über 225 Jahre seit der Gründung der Hamburger Banko durch Konrad Hinrich Donner. Man fühlt sich klein, wenn einem diese Zeitspanne bewusst wird. Ehrfürchtig, aber doch inspiriert von langer Tradition entscheide ich mich für Kaffee und Kuchen bei Alois Dahlmeier. Man darf sich zum Wochenende auch etwas Besonderes genehmigen. Und als großer Fan von Schoko-Buttercreme entscheide ich mich traditionsbewusst für die Prinzregententorte. Wenn der Tag schon von bayerischer Monarchie geprägt ist, dann soll auch dieses Stück Torte zum Andenken an Leupold von Bayern meinen Gaumen königlich erfreuen. Während ich so dahin schlemme, betrachte ich die Passanten und Flaneure. In München kommen die unterschiedlichsten Kulturen zusammen, doch auch hier erwecken traditionsbewusste Menschen meine Aufmerksamkeit. Ich sehe eine Gruppe junger Leute in bayerischer Tracht, die sich auf modernen Elektrorädern an der Großbaustelle des Marienhofs zwischen den Touristen durchschlängen. Neun an der Zahl und alle in gleichem Gewand. Die Truppe erinnert mich an einen Trachten- oder Schützenverein oder gleich eine Volksmusikkapelle. Es ist noch Wiesnzeit, Oktoberfest. Da ist dieser Anblick von alttümlichem Brauch, zumindest was die Kleideranwahl belangt, mal mehr, mal weniger, im modernen München normal. Selbst wenn diese auf Hightech-Gefährten unterwegs sind. Ich schmunzle und denke sogleich an Edmund Stoiber und seinem Slogan Laptop und Lederhose. Verschmelzung von Technologie und Tradition. Für mich als naturverbundener Mensch mit beruflicher und enthusiastischer Ausrichtung im Deep-Tech-Sektor ist das eine wunderbare Kombination. Gesettigt breche ich wieder Richtung Siegestor auf, verweile aber etwas am Audionsplatz. Hier schaue ich mir die neuesten Modelle der Automarken Lotus, Mercedes und Cupra an. Und wie ich so entlang spaziere, fällt mir kurz vor dem Reitedenkmal des König Ludwigs I. eine Plakette an der Hauswand auf, die auf eine Bank verweist, die ich erst vor wenigen Wochen auf dem Radar hatte. Just als ich als Redner beim Innovationstag des Bundesverbands Alternativ-Investments war, verkündete das Bankhaus Metzler, dass man im Bereich des Asset-Managements die deutschlandweit ersten Kryptofondsanteile auf der Polygon-Blockchain emittieren möchte. Was für eine tolle, moderne Bank, denke ich mir. Und nun stehe ich zufällig vor der Münchner Dependance. Ich zücke mein Handy, um mehr über die Kryptotätigkeiten dieses Instituts zu erfahren. Doch als ich das Bankhaus google, schaue ich nicht minder verdurzt, als bei der Begegnung mit der E-Bike-Blaskapelle. Metzler ist Deutschlands ältestes Bankhaus in ununterbrochenem Familienbesitz und feiert nächstes Jahr sein 350-jähriges Jubiläum. Von wegen Altmode schon verstaubt. Ganz im Gegenteil. Diese Traditionsunternehmen öffnen sich neuen Technologien, weshalb ich den rückwärts gewandten Vorwurf der Abschottung und, das haben wir immer schon so gemacht, beiseite schiebe. Da bin ich selbst von manchen jungen Mittelständlern einen konservativeren Kurs gewohnt. Bei der genaueren Überlegung überrascht es mich dann doch nicht so sehr, dass das Bankhaus Metzlers diesen Weg geht. Bei Dorn und Reuschel war ich auf dem Krypto-Investorentag von Manuel Müller und dem Web3-Network. Es war bemerkenswert, wie interessiert und offen der Hausherr Frank Kuhn dem Thema gegenüberstand und dem schönsten Ambiente des Altbaus der Technologie eine Bühne gab. Hier erfuhr ich von Frank Dornseifer, dem Geschäftsführer des Bundesverbands für alternative Investments, dass Investoren stets Ausschau nach neuen Anlageklassen halten, und der Innovationstag sich vor allem dem Thema Krypto- und Artificial Intelligence im Bereich des Asset-Managements widmet. Alle verfolgen die Entwicklungen rund um Technik und Regulatorik, institutionelle, semi-institutionelle, Hedgefonds, Family Offices und Banken. Doch was bewilligt klassische Bankhäuser diese traditionsreichen Privatbanken dazu, solche neuen Wege einzuschlagen, wenn sie doch seit Jahrhunderten im alten Glanze bestehen? Oder ist es gerade diese Offenheit, die ihnen dieses lange Bestehen beschert? Gewiss muss man mit dem Zeitgeist gehen, muss auf aktuelle Vorkommnisse in der Weltgeschichte reagieren, um eben auf Kurs zu bleiben und ein solches Geldinstitut auch in schwierigen Zeiten durch raue See zu lenken. Nicht nur haben diese drei Bankhäuser Donner und Reuschel, Fürstfucker und Metzler, die beiden Weltkriege überlebt, sondern sogar die europäische Revolutionsbewegung von 1848 und den Sturz von Monarchen an die Münchens Straßen und Plätze heute noch erinnern. Gefallene Drohnerben. Die Banken haben sogar diese turbulente Zeitenwende überdauert. Sie haben sich angepasst und den Fortschritt gewiss an mancher Stelle mitgestaltet. Ich möchte mein Handy zuklappen, da funkelt mich die blau-weiße Card von Viktor Ammer an, die ich auf der TUM Blockchain-Konferenz erhalten habe. Nicht nur eine Kreditkarte, sondern ein Krypto-Wallet mit NFC-Chip, die zwar unscheinbar wirkt, dennoch so eine spektakuläre Revolution repräsentiert. Der Inhalt dieser Karte stellt alles auf den Kopf. Das Geldsystem der letzten Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende. Das Prinzip einer Währung, die nicht von zentraler Stelle ausgegeben wird und auch keine Zentralbank über die Geschicke wacht. Ich denke an eine Veranstaltung bei Giseko und Devrient, einen fulminanten Schlagabtausch zwischen den beiden Panelisten Daniel Neuch und Polly Bäumler auf der einen Seite, sowie Philipp Sandner und Jonas Groß auf der anderen Seite. Die Debatte dreht sich um die Vor- und Nachteile des digitalen Euros, einer CBDC, eine digitale Währung, die die Europäische Zentralbank ausgibt, die Möglichkeit der europaweiten Überwachung von Geldströmen bieten könnte, aber auch die Chance der kriminellen, Geldwäsche herzuwerden. Andererseits steht es um die Freiheit des Bürgers, das Recht auf Anonymität, verteidigt durch die Ausführung der Digital Euro Association. Viel akademischer Schafsinn und dennoch solche Emotionen. Ein großartiges Event des TUM Blockchain Clubs. Wir stehen also erneut vor einer Seitenwende. Wir haben mit der Blockchain-Technologie etwas in die Hand bekommen, was uns alles neu denken lässt. Neue Konzepte, neue Ideen, neue Geschäfte, aber natürlich auch neue Risiken und neue Akteure mit fragwürdigen Machenschaften. Ich bin noch nicht so lange im Cryptospace, erst seit 2017. Auch ich habe mir alle möglichen Coins angeschaut. Alternative Kryptowährungen zum Platz hirsch Bitcoin. So viele Versprechungen, so viele, die auf das große Geld spekuliert haben. Oft um bekannte Gruppierungen, die komische Tokens mit fadenscheinigem Wert gegen Fiat-Geld getauscht haben und dann abgetaucht sind. Oder zumindest kurzfristig mit halber Backe an den versprochenen Konzepten gearbeitet haben. Aber mit den schnellen Millionen im Background, dem Lambo, wer hat dann noch Interesse, nach erfolgreichem ICO die harte Arbeit anzugehen? Im wilden Westen der Altcoins waren vor allem die Anleger diejenigen, die den Kürzeren gezogen haben. Die an die Projekte geglaubt haben oder die auch nur das schnelle Geld gesucht haben. Nicht anders mit den abertausenden NFT-Sammlungen im Jahr 2021. Digitale Kunst, tokenisierte Werte, handelbare Materialgüter. Und was war's? Oft simple Serien, schlecht gezeichneter Comic- oder Manga-Figuren. Sind die wirklich Millionen wert? Ist das noch Kunst oder kann das schon weg? Mit dem Platzen der erneuten Blase sind wieder Anleger die Verlierer, die sich vom Hype haben mitreißen lassen und nun vor einem Scherbenhaufen stehen. Hashtag FOMO bloß nichts verpassen, schneller Reichtum garantiert. Oft nicht seriöser als die YouTube-Werbung für dubiose WhatsApp-Gruppen, Multilevel-Marketing, passives Einkommen, Schneeballsystem. Ich halte inne. Wie schnell ploppen neue Anlageformen gerade im hochtechnisierten Zeithalter auf und wie schnell ist der Hype herum und alles verschwindet in Schall und Rauch. Wo so viele scheitern, alles verspielen oder eben doch das große Ding drehen können, wie findet sich da eine traditionelle Bank zurecht, die sich um das Erbe Dutzen der Generationen kümmert? Ich schweige mich an, blicke von meinem Kryptowallet hoch, schaue ihn an, den König zu Pferde, Ludwig I., der im Schicksalsjahr 1848 abdanken musste. Letztendlich wegen einer Affäre. Ein Skandal um die Tänzerin Lola Montes. Wie menschlich das doch alles ist. Da wüten europaweit Proteste gegen die Monarchen und der König muss wegen Gossip abtreten. Die Monarchie blieb nämlich. Erst sein Sohn Maximilian II., dann dessen Sohn Ludwig II., der Märchenkönig. Welch sauber, aber auch Tragik und Vergänglichkeit. Ich schwinge mich auf mein Rad und fahre die Prachtallee nach Schwabing hoch. Ein schöner kleiner Ausflug mit so vielen Eindrücken. Ich überlege, wie es die Privatbanken und Vermögensverwalter schaffen, sich auch durch turbulente Zeiten zu erhalten. Wenn eine Krise die nächste jagt. Ich denke, es ist der Respekt vor den Aufgaben, die das eigene Leben überdauern, die Demut vor dieser Verantwortung, die Besonnenheit im Handeln. Und ich wünsche mir diese Werte auch für die Kryptomillionäre, der ganzen Community, die To The Moon wollen. Wollen wir das nicht alle? Wollen wir nicht alle etwas Großes im Leben erreichen? Gewiss. Aber ich wünsche mir, dass wir das mit ehrlichen Schritten angehen und aufrichtig beschreiten. Vielleicht dauert es länger, bis wir so das Ziel erreichen. Doch wenn wir es geschafft haben, dann überdauern diese Errungenschaften vielleicht sogar uns selbst. Ich wünsche mir mehr Demut und Besonnenheit im Umgang mit Kapital und Technologie. Das erhält auch einen wahren Charakter. Diese Werte können unser Vermächtnis sein. Wow. Also da direkt die Frage, da kommen jetzt mehr solcher. Hast du bald vor ein Buch oder deine Memoiren zu verfassen? Oder sind das einfach nur Stichworte, um die Öffentlichkeit mit in deine Gedanken reinzunehmen? Ich denke, das ist ein Element der Aufklärung. Das sind so Kerngedanken, die ich mit mir mitführe. Das war vor allem auch inspiriert durch meine Partnerin, die ja selber literarisch schaffendes, im lyrischen Werk unterwegs ist und tolle Werke verfasst. Und da dachte ich mir, wie wollen wir dann als Gesellschaft zusammenwirken? Und so kam diese Inspiration von ihr. Und ja, ich denke, ich werde noch öfter von ihr inspiriert werden. Und deswegen hoffe ich doch mal, also es sind nicht meine Memoiren, aber es sind meine Gedanken, die ich hier teile und da folgt auf jeden Fall noch einiges. Also ich habe noch einiges vor, vielleicht in so drei Monatstakt, einmal im Quartal kommt mal sowas. Ja, sehr schön. Und dann natürlich gerne der Aufruf an unsere Zuhörer. Wie fandet ihr das? Ich fand das sehr inspirierend, hatte am Anfang meine Augen zu und habe wirklich gesagt, ja, als du dann auch von Krypto anfingst, da habe ich nur innerlich gesagt, ja, das ist genau das, was gerade unsere Zeit prägt, was unsere Welt verändern kann. Blockchain, Krypto waren so ein Hype-Thema, so ein ich werde schon erreicht Thema. Ich glaube aber, dass wir in wenigen Jahren genau anders reden über Blockchain und Krypto. Klar, es wird immer wieder diese Token und diese NFTs geben, aber im Großen und Ganzen glaube ich, nicht, dass wir generell auf eine positive Zeit mit Krypto und mit Blockchain zu gehen, aber am Ende die Antwort auf das, was wir jetzt vielleicht alle spekulieren, was wir erleben und wie es wird, das kann uns nur die Zeit zeigen. Deswegen wird es natürlich spannend, mit diesem Podcast, mit dir, wir zusammen durch diese Zeit zu gehen, euch natürlich mitzunehmen, mit spannenden Gästen, mit spannenden Themen und ich danke, dass du dieses Essay mit uns geteilt hast, ich fand es wirklich sehr schön, sehr inspirierend und man sieht dann auch, wie du vielleicht auch auf gewisse Themen kommst, weil du halt diese, ja, ich nenne es mal, Bankenhäuser auch direkt vor der Tür hast und denkst dir, ja, wenn die doch den Weg in Richtung Krypto bzw. Blockchain gehen, dann wird es noch eine spannende Zeit und deswegen sind das vielleicht auch so Gedanken, die man im Hintergrund hat, wo wir vielleicht gesagt haben, Podcast, hauen wir einen raus und schauen wir mal, wie viele Leute wir erreichen beziehungsweise wir teilen das auf jeden Fall und wenn mir nur zwei Leute zuhören, dann ist dem so, ich kann mir aber gut vorstellen, dass einige Leute hier zuhören, aber wahrscheinlich immer noch nicht uns eine Bewertung gegeben haben, deswegen sieht es immer noch sehr, sehr klein aus auf manchen Kanälen, aber ich glaube, wir könnten auch an dieser Stelle sagen, es gibt mittlerweile neue Kanäle, wir sind nämlich dort allerdings bei Audible und bei Amazon Music, also falls ihr von da zuhört, das ist ganz frisch, wir haben gesagt, wir werden alle Podcast-Formate beziehungsweise Plattformen, die es so gibt, irgendwann einfügen, aber manche Sachen brauchen halt etwas länger und ja, der nächste Schritt wird wahrscheinlich Apple Music sein, aber ja, wenn wir von länger brauchen, sprechen ist genau, Apple der richtige Anbieter, der braucht nämlich in vielen Belangen länger und ich, der viele Freunde hat, die Apps entwickeln, kann nur sagen, ich kann Geschichten erzählen, das ist schon verrückt, ja, auf jeden Fall, danke, dass du das geteilt hast und gerne mehr, wenn du sagst, einmal im Quartal, ich glaube, dann könnten wir da so eine kleine Serie draus machen, Shandor und seine Essays. Ja, jederzeit sehr gerne, es war mir auf jeden Fall ein großes Vergnügen, wieder diese Folge zu zweit zu machen, auch unsere Gedanken zu teilen, du hast sehr, sehr viel ausgeholt aus aktueller politischen Tage, aktuellen Finanzthemen, ich glaube, das liegt uns natürlich auch immer auf unseren Herzen, was wir auch mittragen, unsere Gedanken und ich habe das eben in ein Essay verfasst und es ist schön, hier auch die Möglichkeit zu haben, dass wir uns auch mal die Zeit für uns beide nehmen können und ich fand es auch schön, dass wir jetzt eine Doppelfolge zu zweit hatten, wo wir aber gar nicht so eine Vorgabe uns gemacht haben, die ersten Folgen, die wir hatten, waren eher aus einem bildungstechnischen Hintergrund, also zu sagen, was ist Web 1, 2 und 3, was sind Kryptowährungen, was könnte das Metaverse sein, so heranzuführen und relativ schnell haben wir dann Gäste mit an Bord geholt, spannende Themen gehabt, viele Eindrücke auch gehabt von Leuten, die wirklich in diesem Kryptospace, aber auch an der Schnittstelle zur ganz traditionellen Wirtschaft stehen, ich denke da an den Bitkom, ich denke da an Alexander von Strangenberg, der auch natürlich mit dem KfW dann in ganz enger Abstimmung ist und somit dann auch bei der Regierung sicher sehr viele bekannte Gesichter hat, wir haben auch bald Leute aus Zentralbanken anderer Nationen, also es wird sehr sehr viel passieren, aber manchmal wollen wir eben auch teilen, was wir zu erzählen haben, weil ich denke, wir tragen sehr viele Gedanken auch mit uns herum. Auf jeden Fall, nach diesen größeren Blöcken mit Gästen, wo wir einfach auch viele Termine machen konnten, weil es dann, wir wissen, wenn man Gäste einlädt und wir sind ja auch zwei Personen mit einem vollen Terminkalender, dann muss es natürlich mit drei Seiten und wir hatten ja auch schon zwei Folgen, wo wir zu vier sogar waren, mit vier Seiten an der Kalender passen, und deswegen haben wir auch viele Folgen, die da mit Gästen waren, direkt hintereinander und ich glaube jetzt, wo wir auch vielleicht aus dem Thema Sommerloch raus sind und viele Sachen im Bereich Krypto, Finanzen, Politik, Wirtschaft, was es alles mit Themen gibt, die wir hier besprechen und natürlich auch Zukunftsthemen, weil wir sind ja Web3 Welt, aber dazu gehört natürlich auch dieser Weg von dem aktuellen zum neuen, deswegen diesen Weg zu begleiten, finde ich immer wahnsinnig spannend. Also ich fand es auch sehr schön, wieder mal wir beide zu zweit, ich glaube, das kommt demnächst auch wieder öfter vor, aber unsere Gästeliste ist und bleibt lang und wir haben da sehr viele tolle Termine noch vor uns, die wir dann mit euch natürlich teilen, indem wir diese Gespräche für diesen Podcast Web3 Welt natürlich aufzeichnen. Deswegen, ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, Schando, für deine Zeit, vielen Dank für dein Essay, vor allem, hat mich sehr, sehr positiv getroffen, weil ich sage, ich kann vieles deiner Gedanken komplett nachvollziehen und komplett verstehen, warum wir dann diesen Podcast machen beziehungsweise warum wir uns auch zusammengefunden haben, was ja eigentlich absoluter Zufall war, weil ich mal auf dem Event war und du halt auch. Also ich bin froh, was alles passiert ist seitdem, was wir hier aus diesem Podcast machen, was wir für tolle Inhalte haben, tolle Gäste und freue mich weiter auf die tolle Zukunft. Es hört sich jetzt schon fast an, wie unsere Abschlussfolge für dieses Jahr, weil ja, wie gesagt, wir machen uns so in Staffeln, so wir nennen es Staffeln, das ist jetzt aktuell Staffel 1, das hört sich jetzt schon fast an, als hätten wir Staffel 1 vorbei, aber nein, wir haben ja bis vor Weihnachten, wir machen eine Weihnachtspause, haben wir noch einige Folgen vor uns, deswegen gar nicht so melancholisch wirken. Nein, alles gut, ich freue mich auf die Folge nächste Woche und natürlich weitere Folgen, wenn wir dann wieder zusammen mit Gästen, aber auch ohne, wieder einige interessante Dinge für diesen Podcast beziehungsweise für die Zuhörer aufnehmen. Es ist die Herbstzeit, es ist Halloween, es wird jetzt ein bisschen dunkler, schmuddeliger, kälter draußen, dann ist es schön, sich cozy zu Hause einzuwickeln, auch mit der Familie mehr zu unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob du Halloween feierst mit deinen Kindern oder ob vielleicht heute Abend noch Besuch kommen wird, ob du schon Süßes oder was Saures vorbereitet hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, auch einen schönen Feiertag, einen ruhigen Feiertag. Ich finde es auch sehr schön, dass wir diesen Podcast machen, muss ich an der Stelle sagen, weil wir wirklich mit tollen Menschen zusammenkommen und natürlich sich, ja, zwei tolle Menschen, würde ich mal behaupten, ich für, und dir kann auf jeden Fall sprechen, einen ganz, ganz, ganz sympathischen, netten Freund dadurch gefunden habe, der das sehr beteilt wie ich, nämlich das große Interesse an der Entwicklung von Web3 und was es für unsere zukünftige Gesellschaft, für unsere zukünftige Ökonomie dann bedeuten wird. Schön, dass wir das teilen können und ich sage herzlichen Dank für diese tolle Doppelfolge zu zweit. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank und ich habe was Bitteres vorbereitet für die Kinder, die an der Tür klopfen, und zwar Rosenkohl in Rocherpapier. Sehr lustig, aber die Kinder müssen auch was Gesundes essen. Bio und vegan ist das neue Thema hier bei mir zu Hause. Kleines Spaß an dieser Stelle, aber ja, Süßes und Saures natürlich mit Kindern gibt es das auf jeden Fall. In diesem Sinne, wie ich sage, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und freue mich auf weitere Folgen in die Linie. Ciao. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss Stefan. Tschüss, andere Woche. Tschüss. 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 Tschüss.